Hard Reset, Folge 10, von Hand machen. Take your day away, I think you know what's gonna happen tonight. I'm all that happens, thank you babe, tear up your car boots. I'm all totally red, before they turn me loose. Hallo und herzlich willkommen bei Hard Reset, der Technik-Podcast für Geeks und alle, die es werden wollen. Die Technik-Podcast, präsentiert von Chris und Pascal, die Jungs, die genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen. Tja, Hallihallo erstmal, vielleicht erkennt ihr mich in der Stimme, ich bin's Chris und kurzes Vorwort, bevor der eigentliche Podcast beginnt. Wir hatten leider, dank der geänderten Aufnahmesituation, doch erhebliche Audioprobleme, die wir aber erst bemerkt hatten, nachdem alles schon im Kasten war. Ich, ja besser gesagt, Pascal war extremst leise in der Aufnahme, ich habe versucht rauszuholen, was ging. Mit Sicherheit ist das eher eine Qual, den Podcast hören, aber es tut mir leid. Wir geben uns beim nächsten Mal mehr Mühe, machen vorher auch nochmal einen Test-Monitoring oder beziehungsweise eine Testaufnahme, um das vorher abzuklären. Und ja, wir haben bei Folge 10 einfach jedes Fettnäpfchen mitgenommen, was geht. Ich hoffe, es wird trotzdem erträglich. Macht es gut, viel Spaß und haut rein! Hallo und herzlich willkommen bei Hard Reset. Dem Technik-Podcast für Geeks, Nerds und alle Technik-Interessierten. Mein Name ist Pascal Albert und heute ist eine ganz besondere Folge. Und warum ist es eine besondere Folge, Chris? Tja, mein Name ist Christopher Kahle und es ist eine besondere Folge, weil Pascal am Freitag Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal an dieser Stelle. Danke, Chris. Und ja, falls ihr komische Audio-Effekte haben solltet, liegt das darin, dass sich Pascal jetzt sozusagen direkt schlagen könnte, wenn er irgendwie dummes Zeug erzählt. Also ich bin gerade bei Pascal zu Besuch. Es geht auch andersrum, Chris. Also falls du mal Müll laberst, gehe ich mal kurz rüber und schlag dich. Ja, das ist natürlich leider kein One-Way-Ticket, ja. Also kurze Erzählung. Da ich am Freitag Geburtstag hatte, hat sich Chris entschieden. Pascal hat Geburtstag, 10. Folge. Hey, können wir zusammenschmeißen, nehmen eine ganz besondere Folge auf. Das heißt, er ist zu mir nach Franken gekommen. Ja, Franken liegt in Bayern, Chris. Und wir haben uns gedacht, hey, ein Raum, zwei Freaks, eine Aufnahme. Man muss jetzt noch dazu erzählen, dass diese Aufnahme unter ungünstigen Bedingungen stattgefunden hat. Eigentlich hat diese Aufnahme alles an ungünstigen Bedingungen mitgenommen, was eigentlich nur so geht. Das fing schon mal damit an, am Freitag wollten wir noch aufnehmen, haben uns dann aber so gedacht, nachdem wir das Setup eingerichtet hatten, eigentlich wäre es geil, sich bei der Aufnahme auch irgendwie angucken zu können. Dann haben wir alles wieder umgebaut. Dann haben wir aber das Ganze mit unseren Netbooks aufgebaut und dann mussten wir natürlich wieder ein bisschen mehr einrichten, konnten also nicht das fertige Setup übernehmen. Und ja, dann waren wir irgendwie fertig damit und waren dann aber todmüde und dann haben wir irgendwie doch noch bis 4 Uhr gequatscht und naja, wir nehmen das morgen auf. So, am Samstag ging das Elend dann weiter. Ja, wir hatten einen schönen, chilligen Tag, sind die Therme und die Therme hier in Franken ist übrigens sehr, 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 sehr schön und kann ich nur weiterempfehlen. Badstaffelstein war das, ne? Genau, die Obermeinthermen Badstaffelstein. Falls ihr das hört und ihr findet es toll, wenn wir euch supporten und ansagen, dann supportet uns doch, benutzt den Flatter-Button. Auf jeden Fall, back to topic, wir wollten dann halt abends aufnehmen, das Setup war ready, es hat sich inzwischen schon wieder geändert. Ich bin da geblieben, wo wir aufnehmen wollten und Pascal ist wieder vor seinen Rechner gezogen und das Piraten-Pad war kaputt. Genau, wir haben es auch fleißig getwittert, falls ihr es mitbekommen habt und haben fleißig über Piraten-Pad gelästert. Ja, ich sage nur Facepalm. Okay, ja. Gut, und dann heute haben wir uns gedacht, bis abends können wir warten, weil Chris muss bis Sonntag wieder nach Hause, weil er muss seine Tochter am Montag in den Kindergarten bringen. Und diesmal nehmen wir, jetzt ist 12 Uhr auf, an einem Sonntag, das heißt, wir müssen auch nachher noch schneiden. Aber das waren nicht die einzigen Probleme, denn Chris hat schon seit Längerem einen Mischpult von einem seiner Kumpels ausgeliehen. Und wie wir dann das Setup aufgebaut hatten, hatten wir immer das Problem, dass ein Mischpult hat plötzlich aufgehört, an den Rechner zu senden. Und wie wir auch schon in der neunten Folge gesagt haben, traut euch, sowas auch mal aufzuschrauben. Also haben wir das auch gemacht, haben es dann sauber gemacht, weil es war total verklebt von Nikotin und haben es ein bisschen mit Kontaktspray bearbeitet und jetzt geht es, als wäre es wie neu. Oh ja, ja, es ist ziemlich nervig, ihr habt das Setup da stehen, ihr macht im Prinzip nichts, ihr bewegt euch halt und auf einmal ist das Signal weg und WTF, was ist jetzt kaputt? Sehr, sehr, sehr nervig. Und ja, ein bisschen Kontaktspray und alles wird wieder gut. Vor allem, man merkt es nicht mal. Ja, man quatscht, hat ein Mumble jetzt nicht offen und am Netbook habe ich halt auch gar nicht so die Displayfläche. Mit anderen Worten, ich habe das Pad vorne, habe Mumble halt im Background und dann sehe ich natürlich erst recht nicht, ob ich jetzt gerade sauber sende oder eben nicht. Ja, das ist ziemlich irritierend, vor allem, weil die Anzeige vom Mischpult immer trotzdem Ton angibt. Also es zeigt an, ja, ich nehme was auf. Ja, immer ganz prickelnd. Aber nun gut, das sind halt die Tücken der Audio-Technik, die übrigens total unterschätzt wurden von meiner Seite zumindest. Ich hätte nie gedacht, dass Audio doch so ein recht komplexes Thema ist und ja, ist schon ein Stück faszinierend für mich. Ja, was auch interessant war, versucht mal in einem Raum aufzunehmen. Wir nehmen übrigens wieder mit Mumble auf, obwohl wir im gleichen Raum sind. Das hat den Hintergrund, weil Mumble so ein bisschen Magic verwendet, um die Stimme aufzubereiten. Und wenn wir das Ganze nämlich mit Outer City zum Beispiel aufnehmen würden, würde es sich komplett anders anhören. Also ihr würdet hier das ganze Equipment rauschen hören. Genau, weil ja, ich meine, Mumble ist eben auch darauf optimiert, die Sprache zu übertragen. Ihr habt halt die ganzen Ansprechverhalten. Wir haben keinen Push-to-Talk oder ähnliches. Wir können uns ja auch munter gegenseitig reinquatschen. Ja, genau, das war jetzt das Echo. Wir haben halt eine Sprachaktivierung und ja, da passiert eben noch ein bisschen Magic und Rauschen wird halt vom Pegel sowieso weggefiltert. Und das könnte man natürlich mit Outer City auch alles machen, aber man ist halt doch irgendwie faul. Und das Rauschproblem, genau, das Rauschproblem, sagen wir mal so, vom Workflow ändert sich für uns nichts. Und für eine Folge habe ich ja eine Lust, am Workflow was so größer zu ändern. Also alles gut. Was auch ziemlich irritierend ist, wenn man mal sein eigenes Echo hört, kommt es so zu versetzt, dass es einen sogar bei längeren Sätzen rausbringen kann. Das stimmt, aber ich habe dich jetzt inzwischen nicht mehr mute. Gut, ich höre dich, weil ich orientiere oder versuche mich sprachlich daran zu orientieren, dich in Mumble halt abzupassen und nicht im echten Leben, weil du hast einfach einen gewissen Versatz hier drin. Ja, nee, ich höre dich eigentlich auch nur über meinen Kopfhörer. Na gut, du hast einen dichteren Kopfhörer, glaube ich. Ich habe zwar einen abschließenden Kopfhörer, aber der ist doch recht offen, was Umgebungsgeräusche angeht. Recht nervig, sage ich da nur. Ja, ich höre dich eigentlich gerade ziemlich dumpf im Hintergrund, aber das passt dann schon. Du hast eine tolle Stimme, die man ausblenden kann. Ja, besten Dank für dieses, war es ein Lob. Naja, egal, ich versuche es mal so zu interpretieren. Also Leute, Kommentare, Glückwunsch-Kommentare zumindest. Seid nicht so kommentarfaul, schreibt Happy Birthday Lucky, damit er auch bei Folge 11 wieder voll dabei sein wird. Ja. Wisst ihr, was toll ist an Franken? Franken ist sozusagen das Clubmate-Wunderland und ich bin ja bekanntlich ein leichtsüchtiger Clubmate-Fan. Ich habe jetzt auch erst mal zwei Kästen im Kofferraum stehen und Pascal war so lieb und hat mir auch noch einen Kasten organisiert. Das heißt, ich bin am Freitag hier so halbboot erschienen nach dreieinhalb Stunden Autofahrt und Arbeit und so, was auch immer alles so hat. Und ja, hier, guck mal, was ich hier stehen habe. Hey, Marte, da lacht das Geekherz. Vor allem war es lustig, Chris kam so rein und meinte zu mir so in der Küche, ja, wir müssen am Samstag hergehen und wir müssen Clubmate kaufen, weil ich will Clubmate haben. Und ich sage dann, Chris, komm mal kurz mit und zeige in den Clubmate-Kasten und ich hätte gedacht, Chris, Wein vor Freude. Ja, ich konnte es gerade noch so zurückhalten. Ja, man mag es kaum glauben, aber wir haben durchaus Themen. Das haben wir aber nur der Bundes-IT zu verdanken, die das Piraten-Pad gerade am Laufen hält. Genau, danke Bundes-IT, dass ihr uns gestern so einen Stich gelassen habt, aber heute so freundlich seid, uns nicht im Stich zu lassen. Wir werden uns wohl oder übel ein eigenes Pad auflegen, weil es ist halt doch irgendwie doof, weil ich hatte jetzt, oder wir hatten halt kein Backup von dem Inhalt des Piraten-Pads oder Ether-Pad besser gesagt, dann war das Pad halt down. Ich weiß nicht, ob Node.js so scheiße ist, ob Ether-Pad so scheiße ist oder ob es einfach aufgrund der Masse der Benutzung liegt, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass einem Samstag um 0 Uhr noch so viel Betrieb im Pad ist, aber wer weiß. Ja, also wir haben daraus gelernt, wir machen jetzt, wenn wir es weiter benutzen, immer schön regelmäßig davor Backups, weil Backups sind wichtig. Ja, sogar bei Shownotes. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass es bis auf solche Ebenen geht. Gut, gut, was wollen wir machen? Fangen wir mit dem ersten Thema an oder quatschen wir unsere Besucher noch ein bisschen zu? Äh, Besucher, Hörer. Wir können, ja, Besucher, Hörer. Chris, du könntest uns mal vielleicht was über die Besucher, die wir gerade so sind. Da sind. Was, ich könnte was über die Besucher-Impulse nicht, die du mir senden willst? Besucherzahlen. Besucherzahlen? Achso, du meinst unsere Hörerzahlen. Oh. Du solltest die Besuchern gleich wieder abgewöhnen, weil du hast keine Ausrede. Ja, gut, okay. Also, wir haben so im Schnitt gute 40 Feed-Downloads pro Podcast, kann man jetzt so im Schnitt sagen. Das heißt, unsere Hörerschaft wächst beständig. Finde ich extrem angenehm. Was ich ein wenig komisch finde, ihr seid alle Kommentarfaul offenbar. Kann ich aber fast ein bisschen nachvollziehen. Ich habe mit Happy Shooting angehört beim Podcast und das war so mein Einstieg in Podcast-Sucht. Und da hat es auch einige Folgen gedauert, bis ich da mal mich irgendwie etwas aktiver beteiligt habe. Aber naja, gut, als ich angefangen habe, Happy Shooting zu hören, hatten die schon eine recht große Community zur Hörerschaft sozusagen. Ich denke mal, das ergibt sich bei uns schon noch. Also traut euch, gebt uns Kommentare, gebt uns Feed, motiviert uns auch noch zur 20. Folge hier zu sein sozusagen. Genau, dann wird es wahrscheinlich keine Special-Folge sein, der kommt darauf an, auf welchen Tag das fällt. Ja, ich glaube nicht, dass wir jetzt jede 10er-Folge sozusagen ein Special draus machen. Das wäre doch ein bisschen Overkill. Aber zu 50. oder und zu 100. da können wir noch mal über solche Sachen reden. Genau. Ich meine... Dann fangen wir langsam mal mit den Themen an. Ja. Ladies first. Ladies first. Da müsste ich jetzt eigentlich unsere Redaktionsassistentin darum bitten, aber die lächelt gerade nur und meint damit wahrscheinlich ein Nein. Also Pflicht zur Gewährleistung auch bei gerouteten Smartphones. Chris, was heißt das? Ja, wir hatten es ja schon einige Male bei unserem Lieblings-Android-Thema. Wenn ihr einen Custom-Rom auf euer Smartphone flasht und ihr habt irgendeinen Hardware-Defekt und wollt dann halt die Garantie in Anspruch nehmen, kann es durchaus sagen, dass der Hersteller des Smartphones sagt von wegen, du hast einen Custom-Rom und das ist böse und in den AGBs und blablabla und wir gewähren dir keinen Garantiefall. Danach, wenn es ein guter Hersteller ist, dann sagen sie vielleicht noch fairerweise so Sachen wie, naja gut, das ist, ach wie sagt man... Kulanz. Genau, Kulanz. Wir wickeln den Fall auf Kulanz-Ebene ab, aber du, du beim nächsten Mal nicht mehr machen. Und ja, die FSFE, die sogenannte Free Software Foundation Europe, ist da einer etwas anderen Meinung oder Auffassung. Ihrem Rechtsempfinden nach ist es kein Grund, die Gewährleistung einzuschränken, nur weil man eben einen Custom-Rom drauf hat. Genau, es geht nicht nur um Custom-Roms, es geht auch zum Beispiel um Routing von einem Stock-Rom. Stimmt. Und kann ich auch nicht fischen, weil, wenn man es mal so betrachtet, wenn ich auf einem Computer Windows oder Linux installiere, dann kommt mir auch nicht der Mainboard-Hersteller, ey, du hast mir, du hast dir anstatt ein Windows, hast du ein Linux installiert, deswegen zahle ich dir jetzt den Schaden nicht, weil deine Software hat unsere Hardware kaputt gemacht. Und im Endeffekt argumentieren die meisten Hersteller so, ja, du hast eine andere Software drauf und die hat jetzt die Hardware kaputt gemacht. Ja, es ist einfach ein Problem. Ich hoffe mal, dass da vielleicht, ich habe vorher von der FSFE, glaube ich, noch nicht allzu viel gehört, ist in meiner Wahrnehmung untergegangen. Sagt mir jetzt nichts, ich habe keine Ahnung, ob diese Organisation genug Reichweite erzeugen kann, um da vielleicht Bewegung reinzubringen. Es würde mich aber auch als Smartphone-User jedenfalls sehr freuen, wenn da vielleicht mal ein Umdenken stattfinden würde, weil es ist schon irgendwo eine billige Ausrede von den Herstellern, so zu argumentieren, ne? Ja, sie wollen halt ihr System möglichst geschlossen halten, aka like Apple. Ja, hallo Steve Jobs. Rest in Peace. Ja, genau, der existiert nicht mehr. Seine Ideen leben aber weiter, wenn man so möchte. Der goldene Käfig. Ja, also wie gesagt, was haltet ihr davon? Seid ihr so wie Pascal und sagt von wegen, ich will meine Garantie nicht gefährden? Routing und Custom-Roms interessieren mich zwar, kommt aber nicht in Frage aufgrund der rechtlichen Lage. Oder gehört er zu den Leuten wie mir? Weil ich pfeife da relativ drauf, denn ich bin der Meinung, man holt sich im Schnitt eh alle zwei Jahre wieder ein neues Smartphone. Und alleine von der Wahrscheinlichkeit, dass das Smartphone mittendrin den Geist aufgibt, habe ich keine Lust, mich immer von meinem Provider abhängig zu machen und auf ein neues ROM warten zu müssen. Ja, wie gesagt, ich bin da halt andere Meinungen als... Konservativ. Genau. Also wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, lasst uns mal wissen, wie ihr dazu steht. Würde mich mal interessieren, da mal sozusagen statistisch irgendwie zu schauen von wegen, okay, 50-50 oder doch viele Draufgänger oder viel mehr Konservative. Chris, können wir eigentlich auf unserer Seite einen Poll machen? Ich denke, das sollte nicht ein größeres Problem sein. Stimmt, könnten wir mal gucken, können wir euch vielleicht noch einen Poll einbauen. Wenn ihr schon keine Lust habt, Kommentare zu schreiben, drei Klicks kriegt ihr mit Sicherheit noch über euch gebracht. Genau, also würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir einen Poll eingerichtet bekommen und vielleicht kriegen wir so mal ein bisschen Feedback von euch. Genau, gute Idee, Pascal. Schreib es gleich ins Pad, nicht, dass wir das vergessen. Ich moderiere dann auch gleich mal die nächste Folge an. Die nächste Folge, Bullshit, das nächste Thema. Wir haben ja in Folge 9 so ein kleines Rapid Prototyping Special gehabt und jetzt haben wir mal wieder so einen kleinen Nachtrag zum Thema. Das ist relativ häufig zur Zeit in den Nachrichten das Thema oder es kommt mir nur so vor, manchmal hat man ja auch so einen Fokus. Und zwar die NASA möchte jetzt Rapid Prototyping oder besser gesagt andere Bezeichnungen dafür, Rapid Manufacturing beim Raketenbau verwenden. Sie haben, denke ich mal, relativ aufwendig vorher diese Teile immer fertigen lassen. Und jetzt möchten Sie das Rapid Manufacturing, mein Gott, was für ein Wortkonstrukt, möchten Sie jetzt eben zum Raketenbau verwenden. Dafür gibt es einige Argumente, die dafür sprechen. Zum einen Zeit, zum anderen Geld. Es gibt wohl kompliziertere Bauteile, die man auch nicht so ohne weiteres in einem Stück fertigen konnte mit der herkömmlichen Fertigungstechnik. Bei dem Rapid Manufacturing hat man aber Möglichkeiten, zum Beispiel, was habe ich aufgeschrieben, nananana, wie schimpft sich dieses Verfahren? Das SLM steht für Selective Laser Melting. Da geht es halt darum, dass man verschiedene Pulverarten, ich glaube, da gab es Metall, Kunststoff, aber auch Amic, halt Schichtweise dieses Pulver schmelzen kann oder sintern kann. Man kann da natürlich Geometrien und Objekte aufbauen, die man mit herkömmlicher Technik nicht so einfach fertigen könnte. Wo man wirklich sagt, das ist jetzt ein Teil durch das Rapid Manufacturing und im Echtleben hätte man da jetzt sechs Teile rausmachen können, weil man das nicht in einem Element fertigen kann. Genau. Diese Technik kommt übrigens ganz hier in der Nähe her. Also wir sind jetzt gerade hier in der Nähe von Bamberg. Im Endeffekt an der A73, ein bisschen weiter hoch. Und wenn man der A73 weiter ein bisschen folgt, dann kommt man nach Lichtenfels. Und diese Technologie, die die NASA da verwenden will, kommt aus Lichtenfels von Concept Laser. Das heißt, wir könnten jetzt uns ins Auto setzen, eine halbe Stunde fahren und wären da. Ja, ist ganz interessant. Deutsche Technologie, die jetzt in Amerika vielleicht für einen Umbruch bei der NASA sogar sorgt. Die NASA musste ja auch den Gürtel enger schnallen. Die finanziellen Mittel werden doch relativ immer mehr zusammengestrichen. Ich meine, klar, die USA befindet sich jetzt schon seit, das sind schon über zehn Jahre im Krieg. Und ja, Krieg kostet halt Geld. Oh ja, da hat man keine Zeit und kein Geld für solche Geeks wie die Leute aus der NASA. Tja, das ist leider ein Problem, weil ich denke mal, gerade so Wissenschaft, NASA, das ist unsere Zukunft. Es wird ja ganz oft diskutiert, warum schmeißen wir da so viel Kohle raus für Wissenschaft. Oder auch diese Felix Baumgartner Geschichte, die, ach wie hieß das Projekt, Stratosphäre, ne? Stratosphäre. Von Red Bull gesponsert, die machen immer so verrücktes Zeug. Richtig, das war nichts staatlich gefördertes, aber auch da kam diese Diskussion auf, was soll dieser Schwachsinn und es kostet so viel Geld und fünf Mannjahre oder noch mehr und Schwachsinn und Blödsinn. Aber selbst da hat man durchaus auch wissenschaftliche Zugewinne gehabt. Also wie kann ein Mensch die Schallmauer ohne technische Hilfsmittel außer einem Raumanzug überhaupt überleben? Von daher finde ich das nicht unbedingt schwachsinnig, sondern es hat der Menschheit auch durchaus letztliches Wissen gebracht. Genau, vor allem der Anzug war auch ziemlich interessant und ich tippe mal drauf, dass die NASA sich da auch ein bisschen was holen wird. Mit Sicherheit, die haben da ja sozusagen, denke ich mal, vielleicht sogar unter der Hand zusammengearbeitet, vielleicht keine große offene Kooperation. Aber wenn man sich den Anzug so anguckt, der erinnert schon sehr stark an so diese klassischen, ja, Astronauten-Raumanzüge, genau. Ja, und wie gesagt, Rapid Manufacturing hält jetzt eben eins beim Raketenbau. Für welche Rakete wurde das gleich verwendet? Ich glaube, ich habe es hier mit aufgeschrieben. Habe ich das nicht gesehen? Habe ich das nicht aufgeschrieben? Das steht auf jeden Fall im Artikel. Also die NASA will da jetzt einen neuen Raketentyp fertigen und dafür dann eben das Rapid Manufacturing. Ich denke mal, das ist der richtige Weg. Das ist die Zukunft und man hat halt auch den Vorteil, wenn ich mehr Teile habe, die ich in einem Stück fertigen kann und nicht mehr viele Einzelteile daraus mache, habe ich auch nicht mehr so Anfälligkeiten wie, dass die Schweißnähte nicht in Ordnung sind oder ähnliches. Das heißt, eine gewisse Fehlerquote wird hier von vornherein ausgeschlossen. Und ich denke mal, das dürfte die Zuverlässigkeit der Technologie noch um einiges steigern. Glaube ich auch, weil meistens sind ja diese Verbindungen das Schwächste an der ganzen Geschichte. Ja, du hast irgendwo Einschlüsse in der Schweißnaht oder ähnliches und bei Belastungen gibt es dann eben Strukturschwäche, Risse. Sowas wird ja normal geröntgt oder mit Ultraschall untersucht, aber man kann halt auch nicht alles sehen. Richtig, das ist echt ein Problem. Naja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt noch entwickeln wird. Ist mit Sicherheit ein spannendes Thema. Wir haben da verhältnismäßig viele Links in den Shows, die ihr wie immer auf www.hard-reset.de findet. Zu der Folge 10, dessen Showtitel wir erst noch festlegen müssen. Genau, mal zum gleichen Thema, was wir dann auch noch gefunden haben. Nicht nur die NASA will Rapid Prototyping und so verwenden, sondern auch die US Army. Und zwar haben die einen günstigen 3D-Drucker entwickelt, der scheinbar, keine Ahnung, 600 Euro kosten soll. Und der soll für jedermann zu haben sein. Also im Endeffekt sowas wie RapRap oder MakerBot, direkt von der US Army. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Ich denke mal, die Geschichte, wir hatten ja mal in den News, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge es war, wo es darum ging, dass die Rapid Prototyping Container hatten, irgendwie 5 oder 6 Stück, die sie dann eben für Einsätze im Feld konstruiert haben. Ich meine so 600 Euro, da kostet ein Gewehr mehr, die die US Army da einsetzt. Auf die Art könnten sie natürlich relativ schnell und locker ihre Einheiten mit solchen Sachen ausstatten. Da fehlt natürlich noch ein bisschen Know-how. Aber ich denke mal, das kann man so weit runterbrechen und vereinfachen, dass man da relativ schnell Erfolge hat. Was ist das eigentlich für ein System? Hast du dir die News genauer angeguckt? Ich habe es nur rop überflogen. Das ist sowas wie MakerBot, das heißt dieses Extruder-Verfahren, genau. Ah ja, okay, also doch eher so Plastikanbohrteile und so. Ja, so hat es auf jeden Fall auf den ersten Blick ausgesehen. Gut, also nicht irgendwie von wegen, hey, ich baue mir jetzt hier einen neuen Muzzle für meine Waffe. Aus Kunststoff würde ich das nicht machen. Nee, also im Endeffekt sah es aus. Man hat ein Holzgestell gehabt für den Unterbau. Dann im Endeffekt so typisch wie so ein RepRap oder so ein MakerBot aussieht aus den gleichen Teilen. Alles klar. Ja, ganz interessant, dass das Militär jetzt auch aufsteigt. Aber Militär ist ja schon immer sozusagen technologietreibend gewesen, wenn man sich mal anguckt von vor dem 19. Jahrhundert, nee, Anfang des 19. Jahrhunderts, die ersten Panzer und so weiter, wo schon teilweise halbautomatische Getriebe verwendet wurden und so Geschichten, die es im Zivilen schon noch lange gar nicht gab und die dann erst vom Militärischen ins Zivile rübergeschwappt sind. Ist halt bei diesem Thema auch ganz interessant. Die Frage ist, ist es Militär hinterher oder ist es voraus? Ich würde sagen, dem Thema ist es Militär ein bisschen hinterher. Ja, es kann gut sein. Ich denke mal, da wurde viel erstmal ja eben im kommerziellen Bereich eingekauft und ja, aber man merkt, da kommt jetzt langsam Bewegung rein. Genau. Gut, Rapid Prototyping hätten wir wohl mal wieder damit. Das könnte jetzt fast eine dauerhafte Rubrik werden wie Android, was? Ja, scheinbar schon. Also jedes Mal ein Android-Thema, jetzt fast jedes Mal Rapid Prototyping. Aber Militär ist natürlich jetzt auch ein tolles Stichwort, ne? Genau. Wir kommen jetzt zu DARPA. Ihr erinnert euch, DARPA haben wir auch schon mal thematisiert. Die DARPA Challenges, das war damals im Zusammenhang mit der LROP. Der Deutschen, naja, es ist kein 1 zu 1 Vergleich. Das eine ist halt eine Leistungsshow, das andere ist schon eher eine Challenge. Genau. DARPA steht für Defense Advanced Research Projects Agency und sind im Endeffekt eine Art, ich würde sagen, Entwicklungsinstitut, Forschungsinstitut. Ja, eine Forschungsanstalt fürs Militär, was den Hauptzweck hat, Lösungen zu liefern. Und zwar haben die scheinbar ein Kamerasystem entwickelt oder wollen eins entwickeln für Soldaten, das verschiedene Arten von Lichtspektren, Wellenlängen, detektieren kann. Also nicht nur normales Tageslicht, sondern auch Infrarot und Nahesinfrarot. Ja, ich denke mal, das wird ganz interessant. In dem Artikel steht auch, dass sie sich bei bestehender, also die bestehende Technologie gibt es eigentlich schon her, nur man muss es halt kombinieren. Ich meine mir so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgelesen zu haben, dass sie wahrscheinlich dafür mehrere Sensoren in ein Gehäuse reinbauen werden und das Bild dann irgendwie über einen Prozessor miteinander verrechnen lassen. Was ich extrem interessant fand und sogar ein bisschen überraschend, dass sie dafür Android-Smartphones benutzen wollen, also für die Ausgabe und fürs Verrechnen. Das liegt näher, als es um eine Technologie zu verwenden. Und das ist richtig, aber im Militär wird da ja ganz gerne ein eigenes Süppchen gekocht und gerade ich meine militärisches, raues Umfeld. Wenn ich jetzt irgendwie ein Smartphone mit einer Halterung am Arm habe, das muss halt auch mal einen kräftigen Stoß oder so vertragen. Das Display muss mehr abkönnen als solche Geschichten. Was ich allerdings nicht rausgefunden habe, ist, was da so, es ist von Wireless die Rede. Das heißt, das Kamerasignal soll Wireless auf das Smartphone kommen, aber was da für eine Technik eingesetzt werden soll, ist da nicht näher spezifiziert. Aber wenn wir von Smartphones reden, gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Genau. Ich tippe mal auch drauf, dass da das Militär seine eigene Art von Smartphone hat. Wahrscheinlich wird nur wieder Android gefallen sein und deswegen werden sie es gleich auf Smartphone gemünzt haben. Wahrscheinlich, ja. Weil so zum Thema Electronical Warfare wäre es ja eigentlich dumm, ein richtiges Smartphone zu nehmen, weil von wegen Strahlung, Sendung, du weißt auch gar nicht, von welchem Chips sind denn jetzt überhaupt die GSM, Quatsch, ja doch, die GSM Chips. Sind da vielleicht irgendwelche bösen Routinen oder, ja, wenn ich halt eine Recon-Operation habe und die senden halt wie blöd GSM-Signale, ist das auch nicht so prickelnd. Genau. Also ich denke mal, auch da wird wahrscheinlich in Richtung Smartphone eine Eigenentwicklung stattfinden, das ist uns wohl richtig. Weil WLAN und Bluetooth passen meiner Meinung nach nicht so ganz ins Anforderungsprofil, von wegen Strom sparend und lange Laufzeit. Das verträgt nicht mit WLAN und Bluetooth, wenn du mich fragst. Bluetooth vielleicht. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du gesagt hast, Sicherheit, weil wir hatten ja in der letzten Folge schon das Thema Sicherheit und Militär. Naja, das stimmt allerdings. Nee, ich wollte jetzt wirklich nicht auf Sicherheit hinaus in der Hinsicht, sondern sie haben wirklich in den Plänen, ich habe mal kurz ein bisschen reingeguckt, wenn ihr auf die, wir haben das verlinkt, fbo.gov, die haben da eine extra Seite, da gibt es auch Anforderungsprofile im PDF-Format, die ihr euch mal durchlesen könnt dazu. Falls ihr mitmachen wollt. Oder falls ihr denkt, hey, sowas baue ich mir selber und verkaufe es dem US-Militär für viel Geld. Genau. Diese Information ist übrigens gratis, diese Idee. Ihr könnt es verwenden, umsetzen. Könnt uns dann über Flatter eine großzügige Spende hinterlassen. Vielen Dank. Und ja, Bluetooth ist ja eigentlich nicht so stromfressend, glaube ich, wie WLAN, aber ich glaube für Videoübertragungen, das gibt die Bandbreite nicht her, oder? Doch, es gibt eigentlich Bluetooth-Webcams. Alles klar, das ist an mir vorbeigegangen bisher. Ja, zum Teil bei mir auch, aber ich habe es, glaube ich, irgendwo mal gesehen. Du, Chris, Android ist doch eigentlich ein Linux, oder? Ja, das ist weitestgehend richtig, wobei Google da, glaube ich, kerneltechnisch eine Menge Eigenentwicklung betrieben hat. War denn nicht damals, was das Torwald, der Linux-Entwickler, was dagegen hatte oder irgendwie dagegen war? Ja, das ist richtig. Linus Torwald, der Erfinder von Linux sozusagen, hatte da wohl einigen Zank, oder das war nicht nur Linus Torwald, sondern allgemein die eingebürgerte, ups, Mateflaschen am Klimpern hier, die eingebürgerten, die feste Stammbesetzung der Kernel-Entwickler, die bösen Kernel-Hacker. Haben sich halt über viele Änderungen, die Google da so einpflegen wollte, wohl aufgeregt. Und da gab es wohl einen recht großen Streit zwischen Google und Linus Torwald. Und ja, da gab es letztens eine, ja, wie soll man sagen, einen Kongress, die Linux Con Europe 2012 in Barcelona. Und Linus Torwald hatte einen Vortrag gehalten. Und ja, entweder lag es am Jetlag oder Linus Torwald ist normalerweise ein recht angriffslustiger Typ offenbar. Also wenn man sich mal so umschaut auf Mailinglisten oder so oder auch in den einschlägigen News, der hält da, der fackelt nicht lange und der sagt auch gerne mal Tacheles, also er spricht gerne Tacheles. Und ja, da gibt es öfters mal Zoff, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall hat er jetzt eingesehen und öffentlich zugegeben, dass viele Änderungen doch gar nicht so schwachsinnig sind und dass das durchaus Sinn macht. Und jetzt nach der Zeit, ja, muss da eben dieses Eingeständnis machen. Und das hat er jetzt öffentlich getan und hat den Streit von seiner Seite offiziell beigelegt. Und ich denke mal, Google beziehungsweise die Android-Änderungen am Kernel werden jetzt auch Stück für Stück angenommen und eingepflegt. Und ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Ja, ich denke mal, es hat damit zu tun, weil ja Linux immer mehr auf der Embedded-Schiene läuft. Und Linus Torwald wird dann gemerkt haben, hm, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir da auch in die Embedded-Schiene kommen. Das ist richtig. Und wir auch langsam akzeptiert haben. Aber man merkt halt wirklich, dass er streitlustig ist, weil er hat ja auch Nvidia direkt seiner Meinung gesagt damals. Ich glaube, das ist aber auch nötig, weil gerade so diese riesen Nvidia AMD und so, in diesem Open-Source-Sektor mal ein bisschen aufzurütteln, mal ein bisschen aufzumischen. Und da kannst du halt drei Tage um den heißen Brei reden oder eben mal fünf Minuten Tacheles. Ja. Nee, ich finde es auf jeden Fall gut, dass jetzt Linus Torwald sozusagen den Android-Entwickler in die Hand gereicht hat. Und ja, denke ich mal, wird der Linux-Kernel jetzt vermutlich in Richtung Strom sparen und Embedded um einiges weiterentwickeln. Was ich auch gehört habe, ist, dass die Linux-Entwickler jetzt demnächst auch mehr Richtung ARM gehen. Ich denke mal, da kommt es auch ein bisschen her. Ich glaube, Linus Torwald hat die ARM-Entwickler sogar gelobt, dass sie wirklich im letzten Jahr einen phänomenalen Job hingelegt haben beim Thema Entwicklung. Und ja, da merkt man schon, die Embedded-Schiene ist ganz, ganz stark vertreten. Und ja, wie man immer so schön sagt, die Mobile-Devices sind die Zukunft, bla, bla. Wobei mich das nicht interessiert. Ich möchte einen Podcast nicht auf einem Tablet schneiden. Oder auf einem Smartphone. Ja, da schon gar nicht. Ja, gut. Wo wir jetzt gerade auch bei Linux sind, das haben wir ja vor kurzem auch schon mal angesprochen. Steam auf Linux war ja vor kurzem erst in der Alpha-Version, so quasi intern bei Valve. Und scheinbar sind sie jetzt in die Close-Beta gegangen mit ihrem Steam-Client auf Linux. Und fangen dann nach und nach jetzt an, Leute darin einzuladen. Ja, ich denke mal, das wird nicht mehr lange dauern. Vielleicht sogar noch vor dem Weihnachtsgeschäft, dass wir da Final gehen. Und dass dann die breite Masse Windows für Linux benutzen kann. Es gibt jetzt inzwischen wohl relativ viele Titel schon, die da mitgezogen haben. Ja, Team Fortress 2 hatten wir schon erwähnt. Aber eben doch auch relativ viele andere, die da jetzt schon zur Verfügung stehen werden, wenn der Lounge denn dann allgemein public ist. Ja, das haben wir ja schon im letzten Mal, wie wir darüber geredet haben, erwähnt, dass bei einigen Spielen schon der Linux-Pinguin aufgetaucht ist. Ja, Weihnachten halte ich jetzt nicht für realistisch, sondern ich würde sagen, Anfang nächstes Jahres. Ja, ich lasse mich da gerne überraschen. Aber Weihnachten ist natürlich immer so ein Traumziel der ganzen Hersteller. Naja, mal gucken. Was auch drin ist, ist der Big-Picture-Mode von Steam. Wer den Big-Picture-Mode nicht kennt, das ist der Versuch von Steam, quasi das PC-Spielen auf Konsolenebene zu heben. Man hat ein Konsolen-Oberflächen-like-System, dass man quasi dann den Rechner am Fernseher anschließen kann über ein Pad, wenn es natürlich das Spiel auch unterstützt, dann zocken kann und schön alles einstellen kann. Nicht so, wie momentan der Steam-Client ist, dass man es mit Maus und Tastatur bedienen muss. Danke für die Erklärung, denn ich habe mich auch gefragt, als ich die News gelesen habe, was zum Teufel ist der Big-Picture-Mode? Es ist im Endeffekt die Couch-Version von Steam. Das ist ganz interessant. Hätte ich in meinem HTPC zu Hause eine gescheite Grafikkarte, wäre das also eine Option. Genau, aber wie gesagt, die Spiele sollten halt auch das Pad unterstützen. Also wenn man jetzt so ein FPS-Like-Pad verwendet. Aber ja, ist halt dafür, dass zum Beispiel Steam wirklich auf die Konkurrenz zur Konsole wird. Ja, das ist auch eine ganz interessante Alternative. Kann man ja mal gucken, wie sich das dann mit der Zeit weiterentwickeln wird oder ob die Spiele dann vielleicht, die gezielt nur über Steam vertrieben werden, da auch Sonderlösungen bieten werden in Zukunft. Nee, also ich denke mal, wenn es so weitergeht, wird Steam auch bald zu uns sprechen, weil die Technologie scheint es ja schon zu geben, beziehungsweise wird entwickelt. Und zwar von wem, Chris? Ja, Microsoft ist da wohl relativ fit. Denn es wurde jetzt letztens vorgestellt, wie schimpft sich das Gute? Ja, Microsoft-Technik lässt Menschen mit fremder Zunge sprechen. Das wird, glaube ich, eine sehr interessante Technologie. Wobei man jetzt hier sagen muss, die einzelnen Teil-Technologien gibt es schon, und Microsoft kombiniert das Ganze auf interessante Art. Genau, Microsoft will im Endeffekt einen Star Trek Light-like-Simultanübersetzer haben. Man spricht quasi einen Text, der Computer nimmt die eigene Stimme, zerstückelt sie, packt sie in eine andere Sprache und gibt es dann den gleichen Text übersetzt mit der eigenen Sprachmelodie, Sprachart wieder. Das heißt, man hat seine eigene Sprache und spricht damit eine andere Sprache. Phonetik. Genau. Wie es im Endeffekt genau funktioniert, kann ich mal kurz umreißen, bis er sagt, wie ich denke, dass sie es machen. Man muss erst mal so eine Art Stimmprofil erstellen, die ganzen phonetischen Symbol, also die eigene Sprache, mit der man spricht, in phonetische Symbole unterteilen. Daraus generiert man dann quasi eine Stimme, so eine Art Text-to-Speech, was auch die meisten kennen, wenn dann diese Smartphones oder Navis anfangen zu sprechen. So eine Stimme generiert man daraus. Dann, das ist der erste Schritt, das heißt, man muss ein bisschen Vorarbeit leisten, das funktioniert noch nicht komplett simultan. Gut, wenn der Benutzer dann redet, wird seine, das, was er redet, wird dann quasi in Text übersetzt. Der Text wird dann genommen, in eine andere Sprache übersetzt, zum Beispiel Englisch, wenn wir jetzt Deutsch reden, oder in Chinesisch. Und dann wird diese Text-to-Speech-Stimme verwendet. Und damit wird dann quasi die Fremdsprache ausgegeben. Der Text wird genommen. Ja, der Text wird genommen. Richtig hart. Na, hoffentlich gibt es da kein Reset. Hard Reset. Oh ja. Oh Mann, immer diese billigen Anspielungen hier. Chris, so kann ich nicht arbeiten. Was? Genau, Chris. Ja, der Chris und der andere Chris gehen dann jetzt mal. Nein. Nee, nee, der Chris bleibt schön hier. Verdammt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir unsere 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 Liste hier ganz schön durchrushen? Ja, aber es ist eine Spezialfolge, das heißt, wir Speziell kurz, oder was? Nein, nein, nicht speziell kurz, sondern die Hörer erwarten, dass wir nicht unser Standardprogramm durchziehen, sondern dass wir sie zusätzlich entertainen. Mein Gott. Ach nee, diesen Spruch bringe ich jetzt lieber nicht. Ich weiß nicht, ob der Fernseher sich das lizenziert hat. Ein Geschmacksmuster oder so. Du meinst, we love to entertain you. Er hat es gesagt, oh mein Gott. Ja. Du Schwein, du hast Kenny getötet. Ja, ich bin Bastard. So, und wir haben Android ja irgendwie noch nicht wirklich thematisiert heute, oder? Nein. Und auch Windows oder Linux haben wir überhaupt noch nicht thematisiert. Oder Mac. Ja, Mac haben wir, doch, wir haben es indirekt erwähnt. Was wir aber schon mal Apple-Bashing. Was wir aber schon mal thematisiert hatten in einem der vergangenen Folgen war das Humble Bundle, über das ich das letzte Mal schon geschwärmt oder berichtet habe, wie auch immer ihr das interpretieren wollt. Und ja, es ist jetzt wieder mal ein Humble Bundle. Mehr oder weniger für Android draußen. Wie immer Multi-Plattform geboten werden euch. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. die Seite lädt, nee, die Seite lädt nicht. Ich glaube, es waren sechs Spiele. Vier auf jeden Fall. Wenn ihr mehr bezahlt als der Durchschnitt sind es dann sechs. Was genau für Spiele? Also ich glaube, da ist für jeden Geschmack wie immer was dabei. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, wie das preislich aussieht, aber ich vermute mal wieder irgendwas um die sieben Dollar. Genau. Da steht auf der Humble Bundle-Seite irgendwie, wenn ihr die durch euch die Spiele zu den regulären Preisen kaufen würdet, würde es im Wert von 199 Dollar sein. Also es lohnt sich, sich das schon anzugucken. Ich persönlich mache bei diesem Humble Bundle nicht mit, denn ich habe die letzten zwei Humble Bundles mitgenommen für mich und ich komme mit dem Spielen gar nicht hinterher. Zu wenig Zeit, Chris, weißt du schon, Podcast, Familie. Richtig. Und von daher muss das halt ein bisschen zurückstehen, aber irgendwann bin ich in Rente und dann ist mir bestimmt total langweilig und dann kann ich von vor 30 Jahren dann Spiele zocken. Hey. Genau. Ja, und im Prinzip haben wir damit unsere Shownotes abgearbeitet und kommen jetzt zu einem gemütlichen Teil über. Pascal, mach doch mal romantische Musik an und zünd eine Kerze an. Ich habe leider keine Kerzen da gerade. Verdammt, was ist das hier für eine Vorbereitung? Tut mir leid, hätte ich gewusst, dass du eine Kerze willst, hätte ich dir eine besorgt. Naja gut, in deinem Alter, ich kenne das ja selber. Ja, ich war halt auch schon leicht szenil. 27 Jahren. Ja, ja, komm erst mal in mein Alter, Junge, früher, als wir noch eine Wählscheibe hatten. Ey, ich kann mich auch noch an Wählscheibentelefone erinnern. Oh ja, die gute alte Zeit. Weil ich letztens war im Mediamarkt und habe gedacht, hey, sag bloß, die bieten Wählscheibentelefone an. Es hat wirklich so ein altes Telefon, das hat so ausgesehen, als wäre es eine Wählscheibe. Bin hingegangen, habe gesehen, verdammt, das sind ja nur Knöpfe. Aber die Idee ist nicht schlecht. Na, ich denke mal, früher oder später wird die Idee sozusagen wieder aufgegriffen, dann wird es irgendwie schon Retro-Designs geben. Wobei du sagen musst, das klassische Telefonkabel, das Kabeltelefon stirbt ja auch langsam aus. Du kriegst ja überall nur noch Decktelefone. Ja, also es, ich merke es auch, es sterben allgemein zum großen Teil diese ganzen kabelgebundenen Geräte aus. Ja gut, wenn ich hier gerade so auf den Tisch gucke, Mischpult, zwei Netbooks, das eine nimmt auf, auf dem anderen habe ich Shownotes und läuft mein Mumble, das andere Netbook ist von Pascal, da läuft das Recording drauf. Ja, dann hast du hier schon zwei Stromkabel für die Netbooks, dann hast du ein Stromkabel fürs Mischpult, eins für USB vom Mischpult, ein XLR vom Mikrofon, eine USB, einmal Headset, das ist schon hier, Ja, also du weißt, was ich meine, wir sind ja ziemlich speziell in dem Punkt. Ja, ich hätte ehrlich gesagt, also die Netbooks sind auch gerade mit WLAN verbunden, da wäre es mir auch gerade irgendwie lieber hier noch ein LAN-Kabel liegen zu haben, aber dann dürfte ich keine hektischen Bewegungen mehr machen, sonst hört ihr auf einmal würgende Geräusche oder so. Ja, LAN-Kabels sind nicht nur praktisch, um Rechner zu vernetzen, sondern auch um Dinge zusammenbinden, wie Menschen. Ja, oder um Menschen offline zu schalten, wenn du genug drückst, verbietet Netzwerkkabel. Nee, aber wenn du mal genau schaust, im Consumer-Bereich würde ich es jetzt mal sagen, also nicht wir, wird alles immer mehr Wireless. Wireless-Bildschirme, Wireless-Mäuse, Wireless-Kameras, Wireless-Kaffeemaschinen. Weißt du, was ich da ganz interessant finde, wenn es denn endlich mal kommt? Ich glaube, in deinem Smartphone, in dem Galaxy S3 ist es sogar eine... NFC? Nee, nee, nicht NFC, sondern Kontakt... Ja, Wireless-Lade, kontaktboses Stromaufladen über Induktion. Genau, das kann mein Galaxy. Eine der Technologien. Es gibt ja inzwischen mehrere Standards, glaube ich, die da definiert wurden. Da kam jetzt vor kurzem erst wieder noch einer dazu. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt, aber gefühlt drei, vier Stück. Ja, du kennst dich ja, das war ja selbst damals beim WLAN oder jetzt momentan auch beim PowerLAN. Erst gibt es tausende von Standards, bis einer mal auf den Tisch haut und meint, so, jetzt machen wir einen Standard und ihr haltet euch alle dran. Ja, viele können sich vielleicht noch an die Einführung der Blu-Ray erinnern. Da gab es ja die, wie hieß sie noch? Irgendwas mit DVD? Nee, wie hieß sie denn? DVDs war das mit Plus, Minus und so. Ja, nein, aber es gab noch einen Konkurrenzstandard zum Blu-Ray, aber wie hieß das Ding? Ah, keine Ahnung. Ich kriege es gerade auch nicht mehr auf die Reihe. Ich habe irgendwie Super-DVD im Kopf, aber das kann es nicht sein. War irgendwie so eine erweiterte DVD, oder? Nee, nee, das war im Prinzip auch HD, ein HD-Medium. Der Blu-Ray... DVD-HD? Ja, DVD-HD oder HD-DVD, irgendwie so hieß das Ding. Ja, genau. Aber das hat sich ja dann letzten Endes nicht wirklich durchgesetzt. Also da entscheidet im Prinzip der Markt, je mehr Filmstudios halt auf den einen oder auf den anderen Standard aufspringen. Ja. Ja, es war ja auch bei DVDs so, du hast ja DVD Plus und DVD Minus und DVD Plus Minus und DVD Plus Minus Mal. Ja, und dann gibt es noch RW für Read Write und dann nur R, also nur für Schreiben. Ja. Das Thema hatte ich letztens erst mit meiner Frau, die musste Rohlinge kaufen, aber zum Glück hat sie einen Multi-Format-Brenner und dann habe ich gesagt... Das hast du ja heutzutage eigentlich immer. Ja, das brauchst du auch schon, weil dann musst du beim Kaufen nämlich aufpassen. Musstest du früher wirklich bei den ersten DVD-Brennern? Ja, ich kann mich auch noch an CDs erinnern, da war das nämlich auch schon so ein Chaos. Oh ja, ich kann mich auch noch an die ersten CD-Brenner erinnern, zwei- oder vierfach. Oh ja. Da gab es auch noch keine richtigen Buffer, das heißt, du musst in dem Zeitraum den Rechner nicht anschauen, anfassen oder überhaupt dich im Raum bewegen, weil sonst ist der Brennvorgang gescheitert. Ja, irgendeine Vibration und die Sache war erledigt. Das waren abenteuerliche Zeiten und irgendwie eine Stunde Brennzeit, wo du dann ihn nicht am PC machen darfst und ah. Ja. Interessant damals. Da gab es auch noch so Tools wie CD-Bremse und so. Und so? Ja, natürlich. Mit CD-Bremse konntest du dann halt dein Laufwerk wirklich in der Geschwindigkeit reduzieren, weil du hattest ja damals irgendwie 40-fach CD-Laufwerke, wo du gedacht hast, das Ding hebt gleich ab vom Geräuschpegel her und mit CD-Bremse konntest du das dann halt wirklich auf ein erträglicheres Maß runterbringen. Gut, habe ich nie verwendet, wusste ich gar nicht, dass es existiert bis jetzt. Es gibt da ja auch, ne Quatsch, das war, wir haben uns ja mal über LTE unterhalten und dass du bei den schwachsinnigen Tarifen irgendwie in 10 Sekunden bei voller Leistung dein Monatsvolumen schon verblasen hättest und da hatte ich ja damals auch gesagt, da wird es mit Sicherheit auch noch Bremsen für LTE-Handys geben, damit du dann überhaupt, also du geräteseitig dein Maximum Bandbreite reduzierst, damit du überhaupt längeren Zeitraum was von deiner Bandbreite hast. Ja, was ich vor kurzem herausgefunden habe, als ich nochmal alles HTC-Handy hatte, ich wusste gar nicht, dass Android eine Einstellung hat, dass man sich warnen lassen kann, wenn man bestimmte, ähm, quasi, wenn man ein bestimmtes Volumen verbraucht hat. Das gibt es auch erst seit Jelly Bean, wenn ich den nicht richtig entsinne. Du hast inzwischen auch, wenn du unter Akku guckst, Einstellung, Entschuldigung, Einstellung, Akku, dann bekommst du dort auch eine, eine, einen Grafen angezeigt, wie der Akkuverbrauch über den Zeitraum war und, ähm, früher hattest du, glaube ich, nur eine Anzeige grob, welche App, wie viel Prozent und dann bekommst du dann richtig eine Akkukurve, damit du das doch dann auch visualisiert bekommst. Ja, hat sich, tut sich richtig was. Habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, ist mir auch neu, aber man lernt immer wieder was Neues über seine Geräte. Was ich zum Beispiel bei Android häufig verwende, ist die Display-Helligkeits-Geschichte unter Display-Helligkeit oder unter Leistung. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, könnt ihr das einstellen, dass ihr oben von links nach rechts oder von rechts nach links über die, wie nennt sich das, Status Bar, ähm, wischen könnt und dann könnt ihr darüber den Helligkeits-Regler beeinflussen. Das benutze ich recht häufig. Ich habe die Automatik bei mir komplett aus, weil sie mir einfach auf den Keks geht, wobei man auch da sagen muss, ich benutze zwar den Psyogen-Mod, wahrscheinlich spreche ich es wieder falsch aus, aber ihr wisst, was gemeint ist, ähm, da gibt es die Option, dass ihr dann noch mehr in die Helligkeits-Regelung des Handys eingreifen könnt. Aber ich bin eine faule Sau und habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen und mache es dann eben einfach von Hand. Ich mache es von Hand. Von Hand machen, das ist doch mal hier schon mal der erste Show-Titel-Vorschlag. Äh, wo ich jetzt gerade Skype sehe, Chris, war da nicht irgendwas, dass Microsoft sein Messenger raustritt und es jetzt komplett auf Skype ummünzt? Genau, und wenn ich das richtig verstanden habe, diese News, dann wird Skype nicht mehr Skype heißen, sondern wird auch irgendwie Microsoft Messenger, nee, Microsoft, irgendwie soll es anders heißen. Ja. Und, ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt eine positive Entwicklung ist. Skype war ja mir schon immer suspekt, aber jetzt, wo es Microsoft übernommen hat, da wird es noch besser. Ja, ich sage nur Windows 8. Ja, tote Mäuse, tote Mäuse, Windows 8, Windows 8, Windows 8. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das in Zukunft uns präsentieren wird. aber wir können eh nichts dran ändern und zum Glück sind wir ja von Skype nicht so sehr abhängig. Wir haben zwar auch unsere Kontakte in Skype, aber wenn man irgendwie mal länger spricht mit den Leuten, ja, hier kommt doch ein Mumble. Ja, genau. Ist auch ganz interessant, bei den Podcastern findet zur Zeit so richtig ein Umbruch statt, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Keine Ahnung. Ich konsumiere ja verhältnismäßig viel Podcast und da hört man immer mal wieder, ja hier und man soll ja Mumble benutzen, kommt also relativ häufig vor. Ich frage mich, wer das losgetreten hat, wir können es ja nicht sein. Vielleicht waren es wir indirekt, vielleicht hat der eine gehört, hey, der macht einen Podcast und das Mumble, vielleicht soll ich das auch mal wieder testen. Ja gut, ich meine, Skype ist halt einfach, weil Skype alle möglichen Einstellungen vor dir verbirgt und viel Pseudo-Voodoo im Hintergrund macht, von dem du nicht viel mitbekommst. Es gibt zwar viele Tricks, die da mit der einen oder anderen Version funktionieren, mit irgendwelchen Registries oder Inis, wo man dann zusätzliche Optionen freischalten kann, Zeug, aber das ist dann irgendwie schon sehr nervig, wenn man da so viel rumwühlen muss und Mumble hat halt durchaus eine gewisse Komplexität, weil es versteckt diese Optionen halt nicht vor allem. Naja, doch, teilweise, man hat ja den unter Konfigurationen hat man ja den erweitert Haken und dann bekommt man eine Menge, Menge, Menge Optionen und denkt erstmal WTF. Befasst man sich damit aber ein bisschen und besonders gerade so im Podcast-Bereich, Empfindlichkeit des Mikrofons und so, man kann da eine verdammte Menge einstellen, man kann eine Menge falsch machen, also Audioassistent am Anfang zu verwenden ist quasi Pflicht bei Mumble, aber wenn man ein bisschen rumdreht, ein bisschen rumspielt, ein bisschen sich schlau macht, kann man aus Mumble eine Menge rausholen, wie man hoffentlich hört. Ja, also die meisten nehmen Mumble nicht, weil sie einfach nicht damit klarkommen, die meisten kommen auch aus der Skype-Schiene, weil Skype schaltest du ein, das funktioniert dann irgendwie, wo Mumble schaltest ein, musst du dann das mal denken und da sind die meisten dann ein bisschen überfordert, aber wir haben selbst ein paar Dows dazu bekommen, Mumble zu verwenden und naja, wenn man es mal drin hat und mal eingerichtet, dann funktioniert es auch normal. Ja, also Audioassistent nimmt einem da schon eine Menge Arbeit ab und das reicht für die normale tägliche Kommunikation von User zu User vollkommen aus von der Qualität. Da muss man selten noch mal Hand anlegen, wobei du sagen musst, in der freien Welt hast du ja oft Mikrofone, die mehr schlecht als recht sind und da hat natürlich auch die Technik, also sprich Mumble irgendwann mal kaum noch Chancen. Das Lustigste, was ich jemals gehört habe, als mir einer weismachen wollte, Skype hat eine absolut geniale Qualität und es liegt auch an meinem Mikrofon, dass die Qualität so schlecht ist und da muss ich jetzt mal kurz überlegen, ob ich ihn jetzt anbrülle oder ob ich ihn als verrückt abstemmel, habe ich dann doch nur geschrieben, pass auf, ich habe ein Studiomikrofon, bei Mumble ist die Qualität Arschgeil in Outer City ist die Qualität Arschgeil, in Skype hört sich so an, als würde ich eine Dose reden. Du, er hat Dose gesagt. Nicht diese Dose. Ja, in die Dose sollte man auch nicht reden, da kann man viel anerinnern, was? Ja. So, ich muss jetzt hier erstmal einen Schluck Club Mate trinken, wo sich das Licht so schön in dieser gelblichen Nicht-Urin-Flüssigkeit bricht. Bräunlich. Bräunlich? Das ist gelb. Warte mal kurz, ich schaue zu dir, Chris. Gelb? Gelb. Das ist gelb. Also ich würde eher das sagen Richtung Gold. Teil zwischen Braun und Gelb. Okay, es hört sich auch besser und schmackhafter an, von Gold zu reden, als von Gelb oder Braun. Richtig. Natursekt und Kaviar. Ach ja, nee, was sich bei uns eingebürgert hat, weil ich habe euch ja auch schon mal ein Foto gezeigt, ich rede ja quasi in der Kiste und bei der Aufnahme hat Christian immer gesagt, Pascal, rede in die Kiste. Talk to the Box. Genau. Warum? Weil wir haben es ja euch am Anfang schon mal gezeigt, wenn ich ein bisschen zu laut rede, hört ihr mein Echo bei Chris und überhaupt dieses Level zu haben, dass wir uns nicht gegenseitig reinsprechen im gleichen Raum. Also was hier ab und zu mal passiert, wenn Chris nicht die Stummtaste klickt. Ich habe diesmal noch nicht mal eine. Oh, stimmt. Also okay, sorry Chris. auf jeden Fall überhaupt mal hinzubiegen, dass man sich nicht gegenseitig reinquatscht, ist sehr viel Arbeit. Wobei man sagen muss, in deiner Räumlichkeit hat man auch Glück, dass man sich, wenn man es drauf anlegt, sich aus dem Weg gehen kann. Und wir haben ja zum Glück lange Kabel, Strom, also die Infrastruktur ist da. Man kann sich hier, also bei mir wäre da schon mehr ein Problem. Da müsste man wirklich sagen, pass auf, du nimmst im Wohnzimmer auf und ich nehme dann bei mir auf. und ja, bei dir hier hat man doch noch räumlich etwas andere Möglichkeiten. Ja, da frage ich mich, also das habe ich mich eigentlich die ganze Woche gefragt, was haben dann Radiosender für absolut geniales Equipment? Ja, ich denke mal, da wird viel über die Richtcharakteristik des Mikrofons gemacht. Da gibt es ja Niere, Superniere und was weiß ich nicht noch alles. Das müsst ihr euch jetzt bildlich vorstellen. Das ist halt kein Kreis um das Mikrofon. Innerhalb dieses Kreises wird alles super aufgenommen. Pass auf, ich kann es mal etwas verdeutlichen, indem ich mich aus diesem Kreis, die aber eher aussieht wie eine Niere als wie ein Kreis, wenn ich mich da rausbewege, dann nimmt die Qualität immer mehr ab. Jetzt bewege ich mich langsam wieder zurück und jetzt hört sich das wieder ganz anders an. Und das sind halt wahrscheinlich eher so spotlastige Mikrofone. Und der Rest ist natürlich auch Empfindlichkeit und Ansprechverhalten. Das ist halt auf hohem Niveau und da wird mit Sicherheit, naja, es gibt nicht umsonst so was wie Toningenieure, wie sie sich nennen oder Techniker, wie sie gerne genannt werden. Weil ja, da muss auch mit Sicherheit immer pro Sprecher extra Profile vielleicht sogar geben, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Mann mit einer basslastigen Stimme. Jetzt habe ich eine Frau mit einer eher höheren Stimme. Es muss ja auch alles aneinander angeglichen sein und so weiter und so fort. Also Audio, für mich persönlich, ich habe es ja schon mal, glaube ich, heute gesagt, Audio habe ich total unterschätzt. Genau, also viele denken, die schrappen sich Mikrofon, machen Podcast raus, labern halt ins Mikrofon, aber so einfach ist es nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch mal unter Equipment angeguckt habt, was ich zurzeit hier für ein Mischpult stehen habe. ist alles gar nicht nötig, weil eigentlich missbrauche ich das Mischpult nur als Interface. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, was man mit dem Mischpult alles machen könnte, Eingänge, Ausgänge, wobei es halt ein analoges Mischpult ist mit einem digitalen, wäre da noch einiges mehr möglich. Dann könnte ich auch, ups, Entschuldigung, die Marte will wieder raus, zumindest das Dingensrumens, das Gas, dann könnte ich halt wahrscheinlich sogar einfacher, also mit einem digitalen Recording-Mischpult könnte ich einfacher und direkt einen Stream realisieren, weil ich einfach innerhalb des Mischpultes leichter die Inns und Outs, aber dafür bräuchte ich auch wieder ein anderes Kopf, andere Kopfhörer. Ich habe einen USB-Kopfhörer, das heißt, ich brauche einen Rechner, wo ich dann die Treiber laufen habe und so weiter, sonst bräuchte ich zuerst wieder entsprechende XLR-Kopfhörer und Monitoring und tralala. Also man kann das Spiel verdammt weit treiben, deswegen ist es auch wichtig, dass ihr uns flattert und uns unterstützt. Apropos Flatter, kurze Transparenzmeldung, wir haben im vergangenen Monat 120 Cent geflattert bekommen, vielen Dank dafür. Ist nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist und ja, wenn ihr irgendwie mal ein paar Cent rumfliegen habt, dann seid doch so lieb. Ich wette, im Café gebt ihr der Bedienung auch mal den ein oder anderen Euro Trinkgeld und wenn wir euch doch wöchentlich belustigen, bespaßen und ihr Spaß daran habt, hoffe ich doch, dann flattert uns einfach mal. Wir können es gebrauchen, denn das Geld ist ganz gut zu gebrauchen für Server, für die Arbeit, die drin steckt und natürlich auch für Tonequipment, weil ja, man möchte sich halt verbessern, man möchte euch eine bessere Qualität liefern können. Ich werde mir demnächst von einem Freund noch seinen alten Rechner Stibitzen, mit dem muss ich nochmal verhandeln und da kommt ein Linux drauf und da werde ich dann ein bisschen mehr Soundrouting betreiben können und dann kann ich wahrscheinlich auch verhältnismäßig einfach sagt halt Streaming anbieten können. Streaming, genau. Das ist ja etwas, wo ich ganz scharf drauf bin, euch das zu bieten. Also was man auch ziemlich merkt, wenn man ein bisschen damit anfängt, dann fängt man meistens mit Windows an und da ist man dann doch ein bisschen geschränkt, was dieses ganze Sound, Equipment, Soundmöglichkeiten angeht. Da ist zum großen Teil Linux und wahrscheinlich auch Mac um einige schöner. Ja, es gibt halt Hardwarelösungen natürlich, aber Hardwarelösungen kosten Geld und bei Software gibt es natürlich im gewissen Rahmen eine Palette der kostenlosen Möglichkeiten. Dann versucht man natürlich viele Sachen in Software zu lösen, anstatt sich da irgendwie eine Box hinsetzen zu müssen. zumindest so lange nicht das nötige Geld dafür da ist und Geld ist ja bekanntlich immer knapp und ja, mit Linux, da gibt es Möglichkeiten, mit Jack ein ganz gutes Audio-Routing hinzulegen und da kann ich dann wirklich sagen, pass auf, das Mikrofon innen geht jetzt an Mumble, geht aber auch gleichzeitig an den an den Icecast-Server und ja, da kann ich einfach ja, ihr müsst euch das sozusagen vorstellen, als hätte ich da viele Kabel und kann dann eine Kabelpeitsche von einem Kanal einmal in den Input und in den Output also es viele Hin- und Herschaltereien sieht auch komplizierter aus als es ist. So wie früher bei den Vermittlungsstellen fürs Telefon gab es ja diese Vermittlungsdame man hat quasi den Hörer abgenommen hat erstmal mit dieser netten Vermittlungsdame gesprochen ja, ich würde gern mit dem und dem reden dann hat sie das Kabel in der eine Buchse also quasi in deine Buchse und dann in die Buchse des anderen und dann warst du mit dem verbunden vorher hat sie natürlich den anderen Menschen angerufen ja, pass auf der und der der will jetzt sprechen und hat dich dann quasi physikalisch mit einem einfachen Kabel durch verbunden Das was jetzt die Vermittlungszentrale sozusagen automatisiert tut ist halt ein leitungsvermittelndes Protokoll wenn man so möchte ja das heißt ihr habt da werden direkt Verbindungen geschaltet wobei die Technik sich da schon seit 10 Jahren in eine andere Richtung bewegt man geht halt heute in Richtung VoIP wobei da im Background eigentlich immer noch leitungsvermittelnde Technologie ist da kann man aber auch nicht so einfach dran gehen da müsste man ja jetzt überall die Straßen aufreißen und ihr wisst ja Geld ist knapp gut du hast auch das Problem viele sind noch an diese Telefonnummern gewöhnt viele haben auch noch ein normales Telefon deswegen kannst du auch nur dieses leitungsvermittelnde benutzen momentan wobei die Telekom da jetzt auch unterwegs ist und auf VoIP umrüstet bei meiner Bekannten haben sie das jetzt umgestellt also da funktioniert das Telefon nur noch wenn du das Telefon am Router angeschlossen hast das ist ein deutliches Zeichen dass sie es auf VoIP umgeschaltet haben ja aber sag mal so das bietet die Telekom an die meisten checken das eh nicht aber wenn du es willst kriegst du immer noch ein ISDN ja klar aber wir sind technisch inzwischen so weit oder VoIP ist inzwischen so weit entwickelt dass man ohne größere Bedenken auf VoIP umstellen kann je nachdem welche Kodex und so weiter bei den VoIP Anbietern benutzt werden könnt ihr sogar mit einer Verbesserung der Sprachqualität über Telefon rechnen es kommt aber auf die Kodex an und ja es ist nochmal ein Thema für sich ich weiß vielleicht benutzt der Microsoft die Telekom Mumble also Speaks sozusagen genau ich habe da einen Artikel gelesen da gibt es extra Kodex die heißen dann irgendwie G.117 und so das sind die ganzen Handy Kodex ja die werden im VoIP halt auch ganz gerne verwendet ist natürlich klar weil das dann interoperabel ist und du brauchst nicht irgendwelche Körner dazwischen wie gesagt ist ein Thema für sich und da gibt es aber inzwischen Kodex die eine deutlich bessere Qualität anbieten für diesen für diesen für dieses Umfeld also wie gesagt wenn euch euer Anbieter auf VoIP umstellen wollt sagt nicht gleich nein VoIP ist nicht so schlecht wie vor zehn Jahren da hat Entwicklung stattgefunden ihr könnt eigentlich bedenkenlos auf VoIP euch umschalten lassen wobei man immer sagen muss ich habe mein Telefon nicht am Router hängen weil so ein Router bleibt halt auch gerne mal hängen und das kriegt man dann nicht mit und dann ist man auf einmal zwei Tage nicht erreichbar das ist halt immer so die Schattenseite der Medaille richtig was du auch bei VoIP beachten musst wir benutzen ja im Endeffekt auch VoIP unser ganze Podcast läuft über VoIP ja das ist so allerdings natürlich auf einer anderen Codec Basis speak speaks der Codec an sich ist da nicht wirklich jetzt mal den kann man jetzt mal außen vor lassen fürs erste aber daran sieht man schon wenn man einen Podcast aufnehmen kann über solche Systeme dann wird auch ein Telefonat über solche Systeme durchaus möglich sein richtig VoIP ist eigentlich nur dann abgehackt oder ähnliches wenn ihr halt einen übermäßigen Paketverlust unterwegs irgendwie habt oder natürlich jetzt im Falle von Mumble wenn ihr irgendwie irgendwelche Kompressoren habt oder irgendwelche Verstärker die da irgendwie das Signal noch zerstückeln und inzwischen sind die Netze der Anbieter so optimiert dass ihr sozusagen einen Quality of Service habt wo die VoIP Pakete ganz klar bevorzugt transportiert werden weil diese VoIP Pakete sind in der Regel einfach nur ein UDP Stream der gesendet wird das heißt geht ein Paket verloren macht sich das System was sendet nicht nochmal die Mühe das zu kontrollieren und gegebenenfalls das Paket nochmal zu senden weil es macht natürlich auch keinen Sinn wenn ich eine annähernde Echtzeitkommunikation habe mit einer Latenz von ein paar Sekunden da irgendwie nach 30 MS nochmal ein Paket hinterher zu schicken weil das ist dann sowieso an der falschen Stelle und das funktioniert dann eh nicht mehr das ist halt verloren das ist Quatsch deswegen meisten Codecs sind auch so dass sie verlorene Informationen zum großen Teil rekonstruieren können das heißt selbst wenn ihr mal ein paar Paketchen verriert auf dem Weg Handy in Lackert oder so Parity Informationen sozusagen so ein bisschen Raid Technik ja genau man hat quasi jedes Paket kennt normal Teile seines Vorgängers das heißt wenn wenige Pakete in richtigen Abständen verloren gehen dann merkt man es meist nicht mal also wirklich nur wenn viele Pakete auf einmal verloren gehen kommen diese Stottern rein und wenn ich natürlich dann noch dafür sorge dass ein Paket nicht zu große Datenmengen enthält dann machen kurze oder paketweise Verluste auch keinen großen Unterschied meistens merkt man es auch nicht mal wenn man wirklich welche verliert dass da irgendwas fehlt wenn du Glück hast fällt es auf Stille wenn du Pech hast fällt es mitten die Sprache aber naja ich denke mal ist auf jeden Fall auch hier mein Gott das ist echt meine Phrase diese Sendung oder eine interessante Entwicklung und es wird sich mit Sicherheit spannend zu sehen wie sich das in Zukunft entwickelt bla entwickelt 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 es ist komisch dass man irgendwie naja gut vielleicht muss man das noch so sehen man hat halt jede Sendung eine andere Phrase die man ständig verwendet und nicht immer dieselbe also höhere Entschuldigung dafür aber es schleicht sich so ein beim Quatschen oh ja Android 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 ja Android ist aber auch Pflicht natürlich ist Android Pflicht bei Folge 9 mussten wir Android sozusagen noch erzwingen weil wir das gar nicht mehr in den Shownotes hatten das geht ja gar nicht ja wenigstens sind wir kein Apple ja es gibt auch schon viele Apple Podcasts ich glaube da müssen wir nichts mehr bedienen da gibt es keine Lücke die ist schon geschlossen zu Genüge die ist schon überfüllt sozusagen ja der goldene Käfig platzt aus allen Nähten genau das kannst du laut sagen bei apropos goldener Käfig war da nicht irgendwas dass Apple von Intel angeblich weg will und auf Arm umsteigen wenn dann habe ich diese News erfolgreich verdrängt was ist da passiert gibt es da eine Begründung oder ist das Apple-like das ist scheinbar eine Art Gerücht dass Apple also langfristig von Intel weg will und ihre eigenen Arm-Prozessoren entwickeln will so wie sie es jetzt auch für das iPhone und iPad machen ich wollte schon sagen im mobilen Sektor sind sie ja inzwischen so weit sie haben ja eine Firma von einem Jahr oder so aufgekauft die im Embedded-Bereich CPU-Entwicklung und so weiter unterwegs ist und für das iPhone 5 beim iPad weiß ich es nicht haben sie halt von ARM eine Lizenz erworben und entwickeln und bauen inzwischen ihre eigenen Prozessoren halt wirklich oder Socks muss man ja sagen aber du sagst jetzt dass diese Entwicklungen auch für den Desktop-Bereich oder habe ich das jetzt falsch verstanden ich habe es jetzt auch nicht ganz verstanden ich glaube eher in den Laptop-Bereich also quasi MacBook mit ARM aber wenn sie da nicht wirklich große Fortschritte machen damit Intel zu konkurrieren vor allem mit der Leistung und die Leistung mit dem entsprechenden Stromverbrauch oh Respekt wenn Apple das machen will naja gut sie müssen ja also ich denke mal sie werden da mit Intel irgendwie an Grenzen stoßen die sie da versuchen zu überwinden auf diese Art und Weise aber ob das die richtige Entscheidung ist ich würde mir so einen Klotz Richtung CPU-Entwicklung nicht ans Bein binden wollen als Designfirma ja ich denke mal Apple wird immer mehr in die Richtung gehen wir wollen alle selber machen dass wir von niemandem abhängig sind diesen Punkt werden sie nie erreichen allein beim Thema Fertigung ja aber gut Apple ist ja immer in gewisser Hinsicht ein kleines Geheimnis und ich denke mal das macht den Reiz für viele auch aus klar es ist speziell früher waren IMAX wie sie so schön hießen waren ja noch knallbunt und verspielt ihr wisst schon diese halben Eier damals als man noch Röhre hatte und mein Kollege hat sowas auf der Arbeit rumstehen und der läuft auch fast jeden Tag in seinem Raum ja und dann gab es bei 2001 rum gab es ja einen ziemlichen Umbruch bei Apple wo sie dann wirklich Back to the Basics gemacht haben so Bauhaus technisch lieber schlicht lieber einfach und jetzt haben sie auch die IMAX aber halt alles als Flatscreen und mit Rechner drin ja und auch nicht mehr quietschbunt sondern eher auf edel getrimmt genau ihr habt jetzt eben Aluminium Unibody Gehäuse Retina Displays clicky bunty glänzend alles schick alles super alles vereinfacht ist viel zu teuer ja nun es ist halt Luxus ja gut da muss ich jetzt mal trotzdem einschreiten auch wenn man sagt dass Apple zu teuer ist wenn man mal her geht und sich ein Apple like ein Netbook Laptop zusammenstellt bei sagen wir mal Dell oder anderen Herstellern kommt man auch bei den Herstellern bei der gleichen Leistung bei der gleichen Ausstattung ziemlich schnell in die Preiskategorien ja das ist wohl wahr ja nun aber Apple bietet halt in dem Sinne nichts billiges an sozusagen die haben einfach eine gewisse Vorstellung die machen gegen keine Kompromisse ein oder auf einer anderen sie gehen Kompromisse auf einer anderen Ebene ein siehe LTE beim iPhone was nur im 1800 Megahertz Bereich funktioniert mit anderen Worten hier in Deutschland nur bei der Telekom seid ihr Vodafone Benutzer guckt ihr LTE technisch in die Röhre der ist schon Vodafone Benutzer puh ich bin schon seit 14 Jahren Vodafone aber ich schiele immer mal wieder auf die Telekom in letzter Zeit gerne muss ich ja so sagen aber naja gut man hängt auch an seiner Nummer und wie das immer so ist und ja ich weiß man kann sie mitnehmen aber ist halt wieder zusätzlicher ist das zusätzlicher Aufwand und wenn du Pech hast stellen sie dir noch ein Beinchen und dann hängst du noch wochenlang in der Luft oder noch länger und dann geht es halt los nein wir sind nicht schuld die anderen sind schuld ach nein die anderen sind schuld und dann schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter zu und du hängst halt dumm rum ja aber trotzdem wie gesagt Vodafone Hust also Vodafone war meiner Meinung nach habe ich auch schon mal gesagt besser als es noch Mannesmann hieß wobei Mannesmann ist ja eigentlich so ein Waffenfabrikant ein deutscher Waffenfabrikant der baut für die Bundeswehr Fahrzeuge und so ehrlich ja wusste ich bis vor kurzem auch nicht aber ist so ich hätte jetzt eher auf MAN getippt oder Mercedes ne ne Mannesmann hat jetzt zum Beispiel den Fennec mitgebaut von der Bundeswehr Fennec ist der Nachfolger vom Fuchs ne der Fennec bedient sozusagen ein extra Spezialgebiet ein Fennec ist mehr oder weniger ein Leitfahrzeug oder auch ein Kommandofahrzeug aber auch für Aufklärung gut wenn du denkst wo der Name herkommt ja ist im Endeffekt ein Wüstenfuchs das sieht aus wie ein kleiner Fuchs mit riesen Ohren ja es passt ja für die Aufklärung denkst Aufklärung Kommandofahrzeug wenn du diesen kleinen Fuchs mit riesen Ohren dir vorstellst passt das eigentlich wirklich ja nun ich finde ja auch die Bundeswehr denkt jetzt auch weiter und die Namen sind auch langsam etwas cooler bin ich bin ich eindeutig dafür die Fahrzeuge nach Füchsen zu wenden was für ein Wunder natürlich ich kennst mich doch Füchse über alles aber sowas von wie sieht es eigentlich bei deinem Star Citizen aus du hast ja glaube ich schon ein zwei Sendungen relativ geschwiegen zu dem Thema jeder Sendung erwähnt ist das so oder okay dann habe ich es einfach erfolgreich verdrängt also bin natürlich immer noch voll dabei bei Star Citizen haben momentan 3,223 Millionen Dollar zusammen zusammen wollten sie eigentlich haben 2 Millionen das heißt die haben jetzt schon über 1,2 Millionen mehr als sie eigentlich gebraucht hätten um das Spiel anzufangen jeder Dollar der zusätzlich hinkommt sorgt dafür dass beim Startespiel in knapp 1,5 bis 2 Jahren mehr Features am Anfang gibt aber was man zusagen muss was auch viele nicht verstehen die Features die es bei diesen Stretch Goals also bei diesem mehr Geld das sie einnehmen aufgelistet werden kommen auf jeden Fall nur je mehr Geld sie am Anfang haben desto früher kommen diese Features weil sie einfach mehr Personal draufschmeißen können genau weil Personal kostet ja Geld denn Personal will bezahlt werden ist eine Frechheit oder wer bei so einem Projekt arbeiten darf der muss doch gewählt sein das umsonst zu tun genau wenn das nicht nur ein Grund ist dass der Macher von Freelancer von Wing Commander und Co quasi entwickelt und mehr oder weniger Chefentwickler ist der legt übrigens auch selbst Hand an Hand an den Code an den Code an den Code Respekt und wenn das nicht nur ein Grund ist dann schaut euch mal an wer da zum Teil die Finanzen und die Community betreut wenn euch das nicht überzeugt dann weiß ich auch nicht ich denke mal das ist auch ein ganz anderes Arbeiten im Team wenn du sozusagen einen Chef hast der weiß wovon er redet und nicht Dinge verlangt so nach dem Motto setzt das in zwei Tagen um obwohl es ein halbes Jahr Projekt ist genau die haben auch den Vorteil sie haben keinen Publisher der Publisher ist quasi der Spielverderber im Bunde ja der Spielverderber aber bei diesem Projekt ist der Publisher im Endeffekt die Community und alles was normales Entwicklungsstudio dem Publisher geben würde geben sie an die Community das heißt die Community entscheidet pass auf das passt uns nicht könnte das ändern und sie haben auch jetzt schon ziemlich stark auf die Community gehört haben auch zugegeben pass auf Leute ihr habt uns Ideen gegeben da sind wir nie drauf gekommen und finden wir total toll und es gefällt mir einfach so da dabei zu sein wie dieses Spiel entwickelt wird ja man fühlt sich ja man ist halt in einem Prozess involviert und man merkt man kann was bewegen auch als kleines Licht das ist schon immer toll und bei dem Publisher ja es ist halt auch interessant dadurch dass die Entwickler eben die Informationen so offen in Anführungszeichen rausrücken ja man bekommt ganz andere Einblicke in so einen Entwicklungsprozess ja nicht nur das im Endeffekt wird das Spiel ja für die Spiele entwickelt und nicht für den Publisher weil wenn man im normalen System entwickelt der Entwickler im Endeffekt für den Publisher und dem ist scheißegal was der Spieler will Hauptsache es ist ein Mass Effect 365 der Name passt schon der Name verkauft's und es gibt genügend Idioten die es spielen ja es ist einfach ein Problem besonders wenn dann irgendwie vertraglich festgelegt wird das Spiel ist in zwei Jahren fertig und jeder der Software schreibt der kennt das dass man manchmal einfach auf Unwägbarkeiten trifft an die man vorher nicht gedacht hat oder dass auf einmal ein Feature implementiert wird was voraussetzt dass man die ganze Basis ändern muss wenn man da vielleicht nicht weit genug gedacht hat oder das schreiben wir jetzt so und da müssen wir nie wieder dran da muss man prinzipiell noch fünfmal ran und je weiter unten man diese Änderungen machen muss das schmeißt einen also total aus dem Zeitplan aber der Publisher sagt dann dem ist es halt egal deine zwei Jahre sind rum das Spiel kommt jetzt raus und dann kriegt der Spieler halt unfertige Sachen wo er dann sozusagen mit dem Release gleich einen Patch runterladen kann teilweise noch wo dann so grob wo dann grob ja ein DLC ja wo dann grob alles zusammengeflickt wird und ja dann die Bösen sind halt immer die die das Spiel machen aber der wahre Böse ist eigentlich immer der Publisher weil er den Entwicklern halt auch die Kanone auf die Brust setzt und hier wir haben es so abgesprochen und das muss jetzt so sein Outfunding Projekten sieht das natürlich ganz anders aus die Spieler sind denke ich mal durchaus bereit wenn die Argumente passen zu sagen pass auf wir warten lieber noch ein halbes Jahr und kriegen dafür was Vernünftiges wobei Citizen geht da ja auch einen etwas anderen Weg und man darf da ja auch in der Alpha und Beta mitspielen zumindest wenn man zu den frühen ähm genau es läuft jetzt noch acht Tage wenn man sich da beteiligt mit knapp 30 Dollar oder aufwärts kommt man quasi in den Genuss Alpha Beta mitzuspielen und man bekommt auch das volle Spiel 30 Dollar sind ungefähr 27, 28 Euro Vorteil ist normalerweise wenn man mit dem Schiff fliegt dass man Ingame hat ähm und man wird abgeschossen verliert man das Schiff außer man hat es versichert das ist quasi wie im echten Leben wenn du dein Auto nicht versicherst musst du irgendwie irgendwie ein neues kaufen man kann quasi sein Schiff Ingame versichern aber wenn man jetzt früh in den nächsten acht Tagen mitmacht die 30 Dollar oder mehr zahlt bekommt man das Schiff äh sein quasi sein Leben lang umsonst versichert ja besser geht ja gar nicht ansonsten ja mal angenommen ich habe keine Kohle mein Schiff wird abgeschossen ich bin ich gehöre jetzt nicht zu den Early Adoptern ähm ja was mache ich denn dann wenn ich keine Kohle habe ich kann mir dann ja auch kein Schiff kaufen oder gibt es dann so irgend so ein so eine fliegende Mülltonne für null für null Geldeinheiten also ich denke mal das können sie können jetzt die Spiele nicht einfach sitzen lassen also entweder du besorgst dir noch von einem Kumpel oder von deiner Fraktion quasi ein anderes Schiff oder zum Beispiel aus einem Auftrag pass auf ich mache dir den Auftrag aber ich bräuchte vielleicht ein kleines Schiffchen dazu oder ich tippe mal eher da in die Richtung wenn sie gehen du bekommst so ein ultra einfach super mega günstig Schiff die eine Mülltonne ja sonst sonst müsstest du ja irgendwie so so Geschäftsgeschichten machen wie von wegen ja hier du musst drei Euro überweisen und danach kriegst du halt eine etwas bessere Mülltonne ne ne also ähm viele haben auch Angst es wird einen Shop geben du wirst echt Geld in Credit in Game Credits dir umwandeln können ähm aber alles was du quasi du kannst nur mit in Game Credits was kaufen es gibt jetzt nichts was du nur mit echtem Geld kaufen kannst und es wird quasi ähm soll ich sagen limitiert wie viel Echtgeld du in in Game Credits verwandeln kannst das ist wie als wenn man von der Bank abheben will du kannst pro Monat nur einen bestimmten Betrag abheben ja ich denke mal so in Game Ökosysteme vernünftig auf einem vernünftigen Level zu halten oder auch für die Stabilität zu sorgen ist eine ganz eigene Herausforderung für sich das hat man ja damals schon bei WoW gesehen oder selbst wenn man ähm ja WoW Aktionshaus oder jetzt bei Diablo wenn man so guckt ähm Verhältnis zwischen In Game Währung und Euro oder die jeweilige Währung ähm da gibt es ja auch schon ähm Forschung drüber wie diese diese Geschichten zusammenhängen das kann man natürlich im Umkehrschluss auch wieder auf auf die echte Gesellschaft abbilden Oh ja Inflation bla Ja viele behaupten auch dass Diablo 3 am Auktionshaus so mehr oder weniger fast gestorben ist Ja es ist echt ein Problem ich habe ich spiele glaube ich seit anderthalb Wochen nicht mehr wirklich aktiv Diablo ist ein bisschen langweilig geworden sozusagen aber eine Zeit lang habe ich halt mein mein Zeug relativ gut losgeworden so von 10 Auktionen sind vielleicht 7 8 Stück verkauft worden den Rest habe ich wiedergekriegt das ist in Ordnung aber das ist so in den letzten Wochen ist das echt gekippt da wird man nichts mehr los außer man hat irgendwelche High End Equipment Teile also entweder weil jetzt einfach die Spielzahlen wegbrechen keine Ahnung woran das liegt Ja sag mal so ähm im Endeffekt du spielst ein bisschen hast dann irgendwann genügend Gold und dann warum solltest du noch weiter das Spiel durchspielen du könntest dir das beste Equipment über das Auktionshaus kaufen ne kannst du nicht ähm das Problem ist dass du nie genug Geld verdienst um dir vernünftiges High End Equipment zu kaufen weil wir reden hier teilweise so von 115 Millionen Goldstücken oder sowas und das verdienst du halt nicht so ohne weiteres das sind utopische Summen du musstest du musstest immer so grinden und ständig denselben Boss für einen Gegenstand platt machen das dann vielleicht droppt ja sie haben ja jetzt mit dem letzten Patch bei Diablo 3 ein bisschen was an dieser ganzen Spielmechanik geändert in der Hinsicht weil sie glaube ich schon gemerkt haben dass sich da Defizite auftun da mussten sie jetzt natürlich immer warten weil ich meine du kannst Beta spielen bis du umfällst aber wenn es dann live ist und viele viele tausend Spielerstunden zusammenkommen entwickelt sich das immer ganz anders im Endeffekt Trial and Error ja es entwickelt sich ein eigenes Ökosystem richtig naja und das muss halt immer erst balanced werden und das geht halt nur live und da wird sich vielleicht in Zukunft bei D3 auch noch einiges tun in der Richtung ich meine bei Diablo Quatsch bei WoW da haben sie ja schon ein bisschen Erfahrung sammeln können wobei da noch kein Echtgeld im Spiel weil du hast ja einmal den Ingame du kannst halt gegen Gold wehre und du kannst aber auch gegen hartes Echtgeld die Items kaufen also ist immer so jetzt ein Teil des den Geschmack von Pay to Win ja aber das ist glaube ich sogar die Zukunft und ich kann es auch verstehen dass Blizzard Blizzard sieht ja dass andere Hersteller mit ihrem Spiel mit ihrem geistigen Eigentum sozusagen Geld verdienen und das ist einfach ein erhebliches Stück vom Kuchen und dann sagen sie sich auch bevor andere das machen machen wir es gleich von vornherein und verdienen dann auch in unsere Kasse und nicht mit unserem Content anderen Leuten Geld in die Kasse zu spülen ja was mich daran stört ist stell dir mal vor du magst das Spiel wirklich zockst es stundenlang hast endlich diesen eigenen Gegenstand und dann kommt so ein 16-jähriges Kitty das reiche Eltern hat und läuft mit dem gleichen Gegenstand rum weil es sich das über das echte Geld kaufen konnte ja klar kenne ich also das ist auch ein Grund warum ich eigentlich eher so ein Shooter-Spieler bin als so Spaß an WoW hatte weil bei WoW zum Beispiel ist jetzt nur ein Beispiel brauchst du einfach nur genug Zeit drauf zu werfen um weiterzukommen und bei einem Shooter ist es halt eben noch das Können und da kann sich keiner kann sich das Können erkaufen das ist einfach Skill entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht oder man muss ihn sich eben antrainieren und bei solchen Spielen brauchst du einfach nur genug Zeit drauf zu werfen ja sag mal so du redest jetzt über alte Shooter oder? ja man spricht da ja schon inzwischen von den Hardcore-Shootern nicht so von wegen Shooter mit Zielhilfe unseren Schwachsten nee das ist aber zum Beispiel das Schöne an Star Citizen das ist ein Hardcore-Game das heißt Herr Chris kannst du mal die Lautstärke drüber dringen? welche Lautstärke? von der Mic ich will jetzt nicht live dran rumdrehen dreh rum ach so ich soll das Mikrofon drehen? ja habe ich getan okay danke weil ich höre mich immer selber das ist irritierend genau schon viel besser ähm schöner an Star Citizen ist das ist nicht WoW oder E-Flight das heißt du klickst den Feind an und klickst dann wild auf die Tasten kennst du ja von WoW sicher noch aber sowas von sondern dieses Spiel ist Echtzeit du sitzt in diesem Cockpit und musst dem Schiff sagen flieg nach oben flieg nach unten sozusagen der Shooter im Weltraum richtig also dir kann so ein 16-jähriges Kitty mit einem dicken fetten Geldbeutel theoretisch kommen mit einem dicken fetten Schilf das vom Papi gesponsert ist und du kommst mit deiner alten Möhre her das Kitty hat keine Ahnung wie man das Ding fliegt und du knallst es ab Hört sich doch vielversprechend an Es hört sich aber auf der anderen Seite so an als wärst du Kitty geschädigt Es hat bestimmt auch schon deine Erfahrung mit solchen Gamer-Kiddies gemacht oder? Ja allerdings aber wer hat das nicht Ja es gibt leider immer wieder Elemente in Spielen die einem den Spaß verderben können bei WoW zum Beispiel wenn du auf einem PvP PvP Realm spielst dass dann irgendwelche Leute dich dich farben sozusagen dich dann umhauen und dann irgendwie gehen sie etwas weiter weg warten dass du wieder respawnst hauen dich wieder um mit anderen Worten du willst questen und wirst dann halt irgendwie ewig niedergemacht stundenlang und dann wird es natürlich mal Zeit ein Ticket zu schreiben Oh ja Ne das gefällt mir halt auch an diesen älteren Spielen wie du schon gesagt hast du brauchst Können und da nützt es demjenigen nicht wenn er das tollste Zeug hat wenn er das nicht spielen kann und ich bin immer noch der Meinung WoW ist kein Können dabei es ist eine offentlich Lern- und Timing-Geschichte richtig guck dir den durchschnittlichen WoW-Spieler an eigentlich alle WoW-Spieler wenn sie in der Inni sind oder ein Raid machen dann wird alles so gelegt dass du den Tasten 1 bis 4 eigentlich ohne hinzugucken dauerhaft drückst und nebenbei kannst du dich noch unterhalten chatten anhand der freien Hand Pizza essen kannst die Freundinnen streicheln aber ich meine gut ich würde jetzt aber auch nicht irgendwie 13 Stunden am Stück einen 3D-Shooter spielen natürlich nicht also das ist natürlich unrealistisch aber bei WoW kannst du es weil du musst nicht viel machen es kommt drauf an naja gut ich weiß nicht wie es aktuell ist aber es gab halt schon Zeiten bei WoW wo die Klassen doch nicht ganz so einfach zu spielen waren wo du halt auch mehr als 4 Skills gebraucht hast um dich da durchzukämpfen wenn du jetzt immer bedenkst was du in dem Shooter machen musst anhand Augenkoordination was du bei WoW machen musst ja es ist halt eine ganz andere Geschichte aber es gibt halt auch Spieler es gibt halt auch Spieler die können mit Shooter einfach nicht weil sie vielleicht einfach auch nicht die Reaktionen besitzen die da nötig sind und es wäre jetzt natürlich auch irgendwie egoistisch zu sagen den ganzen anderen Genre-Kram den treten wir jetzt mal raus und nur noch Shooter weil Shooter ist das einzig wahre eben seine Plattform richtig aber man hat es auch bei Stars ein bisschen gemeint das ist ein reines PC-Spiel da wird nichts auf Konsolen kommen vielleicht irgendwann in zwei drei Konsolengenerationen wenn da genug sind dass es nicht parkiert wird aber von Anfang an reindrassiges PC-Spiel ich denke mal Konsole wird dann schwierig da ein vernünftiges Bedienungskonzept aber das ist nicht unser Problem die ersten Demos mit einem Gamepad gezeigt das ist nicht das Problem okay hattest du nicht sogar mal ich weiß gar nicht ob wir das mal im Vorgespräch hatten oder ob wir das auch schon mal im Dings erwähnt haben hast du nicht gesagt man kann sogar sagen Schiffe ab einer gewissen Grundordnung in Anführungszeichen benötigen eine Art Besatzung das heißt einer steuert das Schiff der andere bedient die Waffensysteme links der andere die Waffensysteme rechts und der andere ist der Commander oder irgendwie so Zeug hast du das nicht mal erwähnt oder ja ja das habe ich schon erwähnt ja das stelle ich in deine Richtung ob es jetzt in der Sendung war weiß ich nicht du musst es nicht das ist ganz wichtig zu sagen normalerweise wenn du dir das Schiff holst wie zum Beispiel das Schiff das ich momentan habe das ist die Constellation du hast einen Piloten du hast zwei Schützen und du hast nochmal einen kleineren Kampfjet mit dem er von der Constellation quasi starten kann das heißt du kannst theoretisch zu viert dieses Schiff bedienen du musst es aber nicht weil du kriegst momentan hört es mir das so raus du kriegst eine KI die für dich quasi auch die Geschütztürme steuert ob es jetzt den kleinen Kampfjet fliegt weiß ich nicht das hört sich auf jeden Fall sehr vielsprachsprechend an weil das erinnert mich vom Konzept so ein bisschen an Armit Assault wo du zum Beispiel einen Tank naja mit viel Mühe und mit ein bisschen Geschick halt auch alleine bedienen kannst aber so richtig Freude kommt halt erst auf mit mindestens zwei Spielern wo du einen Fahrer hast und einen der im Geschützturm sitzt der Kommandant ist nicht immer so sinnvoll wobei der ja ich glaube der bräuchte einfach ein bisschen mehr Übersichtsoptionen aber das ist eine andere Geschichte andere Spiel ja nee es ist halt auf jeden Fall schön weil auch die Singleplayer Kampagne kannst du komplett Koop spielen das heißt wenn du die Singleplayer Kampagne alleine spielst sagst ey willst du mal mitspielen ich bin grad da und da und er kann dann einsteigen und quasi als der Wingman fliegen können ja zusammen die Missionen machen gibt es eigentlich ich strecke mich gerade gibt es eigentlich in Star Citizen auch so eine Art Erfolgssystem also so sie haben jetzt 1000 Raumschiffe feindliche Raumschiffe abgeschossen bla ab 3,5 Millionen wenn sie es zusammen haben das haben sie bei knapp 300 äh 280.000 Dollar bekommst du zum Beispiel Dekorationen für das Schiff das heißt du kannst dann zum Beispiel irgendwas in dein Schiffcockpit dekorieren oder wenn du auf einem größeren Schiff bist in deiner Kombüse in deiner Kajüte quasi Zeug hinstellen oder zum Beispiel bei Kampfjets Nose Art also quasi weiß nicht ob du es kennst den außen dran an den Jet die Abschüsse zu markieren ja ja sag mir was ähm aber das gibt es dann pauschal oder die muss man sich erarbeiten äh das weiß ich nicht das ist noch nicht ganz raus weil wie gesagt wir sind noch nicht bei den 3,5 Millionen okay ja da bin ich mal gespannt weil ähm ich finde ja immer so diese ähm Erfahrungssysteme die es auch bei D3 oder bei WoW gibt bedeutet natürlich eine Langzeitmotivation wobei manche Sachen natürlich schon abartig sind und dann definitiv an Hardcore Gamer gerichtet sind aber ja das liegt in der Natur der Dinge äh was das Spiel auch gemeinsam hat mit seinen Vorgängern wie Winkumann oder Freelancer du hast du hast verschiedene Fraktionen wo du auch quasi dein Ansehen ändern kannst durch Aufträge oder sprechen wir nur zum Beispiel Piraten platt magst dann mag dich die Föderation lieber aber die Piraten hassen dich dann genau gut das ist zum Beispiel was du zum Beispiel auch bekommst wenn du die Singleplayer Kampagne spielst weil das Spiel besteht ja im Endeffekt aus mehreren Teilen du hast einmal die Singleplayer Kampagne der Squadron 25 äh je nachdem wie du dich entscheidest entwickelst du sich anders das ist der Militärteil und dann später wenn du die Singleplayer Kampagne quasi fertig hast kannst du in das äh persistente Universum übersetzen äh wenn du das so magst hast du den Vorteil du hast äh sogenanntes Citizenship das heißt du bist ein registrierter Bewohner des Universums du hast quasi ein gewisses Ansehen dir erarbeitet das wird auch festgehalten also du hast einen gewissen Status in der ich würde sagen in dem Planetensystem du kannst dich aber auch entscheiden ich mach das nicht mach also nicht diese Militärkampagne und übernehme meinen Status aus der Militärkampagne im Spiel sondern du kannst einfach so anfangen musst aber dann quasi diese diesen Status erarbeiten naja gut da ist ja für alle Geschmacksrichtungen was dabei ja wie gesagt ist ist echt interessant auch das System dahinter wie sie dieses persistente Universum aufziehen wollen hab ich ja glaube ich in der letzten Folge schon mal drüber geredet kann ich mich nicht mehr im Detail daran erinnern eine Woche das ist wieder so lange her ich hab's auf jeden Fall dir mal erzählt ob ich's jetzt in einem der Podcasts erklärt habe weiß ich nicht ganz nettes System ähm was im Endeffekt ist im Hintergrund ist da ein Matchmaking System wenn man sich durchs Universum bewegt und die einzelnen Spieler sind quasi in Instanzen das heißt ein Planet besteht aus mehreren Instanzen wo die Spiele zusammengruppiert werden oder wenn man sich auf dem Weg irgendwo kreuz wenn man irgendwo hinfliegt wird eine Instanz generiert und so weiter und so fort es ist ein riesiges Universum wo alle gleichzeitig spielen aber die Begegnungen weil es natürlich so groß ist laufen immer nur einen gewissen kleinen Raum ab und deswegen ist da so ein Instanzen System drin hört sich alles vielversprechend an mal gucken wie sich das entwickelt ja es entwickelt sich es entwickelt sich das soll man gar nicht meinen wenn sie Entwickler anstellen du meinst das Entwickler entwickeln ja Entwickler entwickeln und dadurch entsteht eine Entwicklung die man von außen manchmal verfolgen kann wow ja mehr Mate ich denke wir haben jetzt schon anderthalb Stunden oder ja kommt bestimmt hin ja ich denke mal wir machen jetzt gar nicht mehr so viel länger oder möchtest du dich noch über irgendwelche Themen unterhalten ich bin gerade ein bisschen neidisch auf unsere Podcast Assistentin ich könnte mich jetzt auch aufs Sofa legen die links doch im Sofa nein ich sitze davor ja zu der Redaktionsassistentin aka meine Freundin gut dann würde ich mal sagen machen wir mal unser obligatorisches Blabla hier hinterlasst uns Kommentare auf www hart-reset.de das ist unsere Webseite ihr habt gerade Folge Nummer 10 gehört dessen Titel wir immer noch nicht so wirklich wissen was hatten wir als Titelvorschlag von Hand machen und ja wir brauchen Unterstützung wir brauchen euer Feedback habt ihr zu unseren Themen irgendwelche Erweiterungen haben wir irgendwo Quatsch geredet oder möchtet ihr dass wir irgendwelche Fragen für die Zukunft behandeln dann kontaktiert uns das könnt ihr auf verschiedene Art und Weise machen einmal über die Webseite Pascal www.hart-reset.de genau da gibt es ein Kontaktformular dann kriegen wir eine E-Mail zugeschickt dann könnt ihr wenn ihr Kontaktformulare meiden möchtet aber uns aber auch eine E-Mail schicken und zwar unter info at hart-reset.de das landet dann bei mir in aller Regel und wir bemühen uns das zu bearbeiten und in der nächsten eine der nächsten Folgen zu verwursten aber auch per Twitter sind wir erreichbar genau Chris ist unter at photonica zu erreichen wie wird es buchstabiert Chris F-O-T-O-N-I-K-E-R und ich bin unter at lucky terran erreichbar das ist L-U-C-K-Y T-E-R-A-N Buchstabierwettbewerb ja ich würde euch auch empfehlen wenn ihr Twitter benutzt und ihr irgendwas hart-resetiges postet dann benutzt doch den Hashtag hart-reset ohne Bindestrich Hashtag Hashtag Hast du immer was zum Arsch Nein ich bin kein Kiffer weil ich kann schnell reden Vorurteile ja wie gesagt benutzt den Hashtag hart-reset ohne Bindestrich dann können wir das nämlich auch in der Suche finden und unseren Hörern vielleicht sogar folgen oder ihr folgt uns oder wir folgen uns alle gegenseitig Gruppen folgen Gruppen ja und dann wenn ihr uns unterstützen wollt haben wir da auch die eine oder andere Option oder genau wir haben eine uns unterstützen Seite wo ihr uns zum Beispiel unsere Amazon Wunschlisten euch anschauen könnt vielleicht wollt ihr uns mal was schenken weil ich hatte ja Geburtstag und so und ihr könnt uns per Paypal supporten also ihr habt da die eine oder andere Option ich glaube wir werden da unsere Dropbox Links auch nochmal verewigen weil wenn ihr euch über wenn ihr noch keinen Dropbox Account habt also ihr wisst schon Cloud Speicher und so und Synchronisation sehr praktisch bei mehreren Geräten oder eben PC Smartphone und ihr habt das noch nicht aber ihr wollt gerne dann registriert euch über den Link dann kriegen wir nämlich irgendwie 150 250 MB gutgeschrieben das heißt ihr tut uns was Gutes und ihr tut euch was Gutes und alle sind happy und überhaupt und so also ja ihr habt Möglichkeiten uns zu supporten wie gesagt und kontaktiert uns auch mal schreibt uns einfach mal einen Kommentar motiviert uns dass wir weitermachen und nicht bei Folge 20 aufhören auch wenn ich mich immer ein bisschen vor der Aufnahme drücke es wird aber schon besser glaube ich wir haben ja jetzt auch Anmoderation und Abmoderation geändert beziehungsweise trainiert ja gut ich habe jetzt irgendwie noch einen halben Kasten Mate zu verwerten bis heute Abend damit ich während der Autofahrt wach bleibe oh ja und wir gehen später noch ins Kino gucken uns Skyfall an also den neuen James Bond Film da bin ich schon richtig gespannt drauf ich mag James Bond besonders den Daniel Craig als James Bond der gefällt mir sehr gut ja mir hat Pierce Brosnan mehr gefallen ja Pierce Brosnan hat schon schön dieses dieses englische Feeling rübergekriegt dieses Geheimagenten Feeling aber ich mag mag einfach bei Daniel Craig so ein bisschen dieses dieses auf der einen Seite dieses Rohe was er ausstrahlt aber ja ich weiß nicht ist mir sympathisch er ist menschlicher ja er ist menschlicher das stimmt aber auf der anderen Seite immer noch geheimnisvoll genug das ist so diese diese Mischung die er in sich vereint finde ich toll also ich bin gespannt was das Kinoerlebnis uns so hergeben wird und danach setze ich mich dreieinhalb Stunden ins Auto und fahre nach Hause mit meinem ganzen Equipment und muss den ganzen Rotz auch wieder aufbauen aber mal gucken es ist jetzt 13.36 Uhr das heißt ich habe wahrscheinlich noch Zeit das hier vor Ort zu schneiden Pascal in der Zeit Show Notes machen und dann könnt ihr das hoffentlich am Montag hier genießen und hören wie gesagt supportet uns unterstützt uns genau ja dann machen wir jetzt hier Schluss mein Pascal ja mein einfach mal was ja mein Name ist Christopher Kahle ich danke euch für eure Aufmerksamkeit ich hoffe ihr seid bei Folge 11 auch wieder dabei die dann vielleicht wieder etwas länger geht habt ihr Fragen habt ihr Vorschläge Tipps lasst es uns wissen wir kümmern uns drum soweit machbar und wir hören uns beim nächsten Mal ciao von meiner Seite und von meiner Seite mein Name ist Pascal Albe schön dass ihr da wart schön dass ihr zugehört habt und ja wir sagen es immer zweimal weil wir es können doppelt hält halt besser ciao tschüss doch 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 daraus könnt ihr euch jetzt einen Handy Klingelton schneiden doch doch nein 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 ey wenigstens haben wir es gefixtes Mischboll es läuft jetzt wieder einmal frei würde ich sagen ja aber gestern hat es wenigstens noch so halbwegs angenehm nach Lösungsmitteln gestunken wenn du nach deinem Lösungsmittel löst das löst halt alles ja auch Hirn hör auf rumzufuckeln und lass uns jetzt mit der verdammten Aufnahme anfangen sonst komm ich rüber und schlage dir auf die Schulter alter Lachs third können Sie gehen und gehen ��는 lin und z z z z z je z Vielen Dank. 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 Vielen Dank.